Der ist ein schönes Spiel. Eines der besten RPGs, finde ich, die es in den letzten 20 Jahren gab. Ach, schon an. Da sehen wir schon was. Oder mehr? Weiß nicht, wann es nochmal rauskam. Ich glaube, das ist schon fast 20 Jahre alt, das Spiel, ja. Deswegen, ja. Ich will jetzt nicht falsch sagen. Äh, von 2003. Also es ist 19 Jahre alt. Passt doch. In den letzten 20 Jahren. So, was wir mal sehen, was für ein Incentive gewonnen hat bei den... Ah, okay, spielst du mal die... Erstmal müssen alle Saves gelöscht werden, weil... Mit einem Save drinne... Ähm, funktioniert manche Sachen nicht. Also du musst wirklich alle Saves löschen. Okay. Sechs Stunden. Sechs Stunden. Und das wird doch schön. Sechs Stunden nur mit... Nur mit... Euch und mit mir. Ist doch schön. Ah ja, von Camelot. Camelot ist ein richtig schöner... ...Gaming-Hersteller gewesen. Oder immer noch. Ich weiß es nicht, ob es die noch gibt. Müsste ich mal nachgoogeln. Wie ich jetzt gerade eben rausgelesen habe, scheint es die immer noch zu geben. Und die machen jetzt, äh, Sportspiele für, äh, Nintendo. Mit Rollenspiele für Nintendo. Mit Rollenspielelementen. Schimmt, da gab es Mario Tennis auf dem Gameboard, war es? Ja, die hatten diese tollen Ja- und Nein-Boxen. Ja, so, basically, the reason Felix's name isn't an incentive is because Felix's name is actually used to determine a bunch of puzzles in the run. Wie ist es jetzt? So, this is usually the name we use, because it's the fastest name for any percent. Um, but I figured the 100% name would be for fun. So, we're gonna use that one. Uh, where is my name? VWOW. Der Name von Felix muss halt, äh, kann man halt nicht, äh, es gibt's keine Zemt dafür, weil der Name muss so sein, damit Sachen funktionieren in dem Run. Glitches und RNG und sowas, alles. Okay. Aber alle anderen ist Freifeld. Jetzt werden einfach die Namen eingegeben. Nein, Jeff, 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 schade. Eigentlich heißt dieser Charakter Jenna. Mal gucken, wie wir sie heute nennen. Ha, German! Ach, ja. Schieber. Golden Sun war nicht das James Bond Game, nein. Es ist ein RPG. Golden Sun ist, äh, was du meinst ist Golden Eye. Äh, Kirsten Swat. Ähnlich, aber noch was anderes. Der Fallen, Fallen, von, den wir grad eingegeben haben, ist vom, äh, vom französischen Stream der Name. Ach, cool. Oh, sind das viele Charaktere. Ja, Leora, Bob. Ja, mein Bob. Ich habe zu starten, von sagen, Plexa, Plexa, Plexa ist etwas speziell, wenn es um Golden Sun zu gelten. Während es viele, 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 viele Runders, es muss gesagt, dass Plexa stands, head und shoulders, above die majority of uns, und hat sich ein Leader und ein Inspiration für viele, 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 und der Titel, die wir ihm haben, als Teil des Community zu gewinnen. wie man hier sehen kann beginnen wir das spiel schon mittendrinne weil das halt der zweite teil von golden sun ist und die story damit fortgesetzt wird hat keine kein anfang oder sowas man fängt einfach mittendrin an war schon irritiert so hätte ich doch anders in so einem dorf und so das ist der erste teil sehr weit hinter dem stream und schau mal auf dem stream dem mainstream ja okay okay ja jetzt geht's wieder jetzt ist jetzt 1 21 1 22 1 23 1 24 jetzt geht's wieder ja mein browser hatte mal wieder hey ich bleib mal stehen vorhin maxx keine sorge der run ist lang genug wir haben wir können auch ein momentchen hinterher hängen das ist zwar jetzt müsste wieder in ordnung sein ja hier sehen wir halt gerade jenna und kraten kraten ist aber nur ein professor der halt gerne wissen wissen will was alles abgeht und halt die unsere truppe begleitet und jenna die kleine schwester von dem protagonisten der gerade schon vorgelaufen ist und der dritte ist alex ein typ der einfach sich gedacht hat ich komme einfach mal mit okay nur noch mal ganz kurz technische geschichte nicht wundern ent hat ein bisschen probleme mit der verbindung deswegen fliegt er zwischendurch mal hörbar raus aber er ist trotzdem noch keine bange aber es ist komisch und 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 machen wir weiter, alles gut so wir starten halt in in dem ich glaube das war der zweite tempel ja das war der zweite tempel im spiel das sind eigentlich so eine sozusagen tempel mit einer fackel obendrauf die wir versuchen gerade in der story anzuzünden um die alchemie in die welt wieder zurück zu bringen warum war sie denn weg die alchemie war weg weil früher war halt alle vier sorten alchemie waren da und wie man halt kennt menschen mit macht wollen mit der macht benutzen um die welt zu zu beherrschen dann kam halt krieg dann haben sehr starke adepten wie hier die magiewirkenden sich nennen gesagt okay wir versiegeln die alchemie oder die synergie auch genannt ja absolute macht korrumpiert absolut genau christian ich höre meinen wortschatt gerade ich höre meinen wortschatt gerade da wollte ich noch alles dazu da komme ich noch zu da komme ich noch zu muss mir das alles ein bisschen aufteilen wir haben sechs stunden wir haben sechs stunden genau ein bisschen was zu erzählen haben wir sechs stunden immer noch alles gut ja leora nur sechs stunden so zu sagen die charakter die wir jetzt gerade spielen sind jetzt gerade wieder können auf ihren eigenen wegen gehen weil vorher in dem ersten teil wurden sie mitgeschliffen von zwei mit von dem entgegnern des ersten spiels von den antagonisten des ersten spiels und halt wurden wurden mitgeschleppt um zu helfen die leuchttürme anzuzünden da aber am ende des ersten spiels die beiden getötet worden sind versuchen wir trotzdem den weg der beiden weiter zu führen weil wir weil es ist sehr wichtig dass das die leuchttürme wieder angezündet werden weil sonst die welt untergeht oh mein gott gespoiler man kann klischies auch gut füllen und ich glaube das hat golden sun ganz gut hingekriegt die rmg in such a way that now the next two encounters that we're going to you thank you forever ach leora hat ein ohrwurm hier gab's ich guck mal nach einen moment danke fürs bescheid geben ah schön das ist jetzt das schiff von den beiden antagonisten im ersten teil wir denken uns so ach wir sind ja nicht mehr da benutzen wir es und die er die pro die protagonisten des ersten teils sind nicht mit uns dabei weil wir voneinander abgeschirmt waren am ende des ersten teils und deswegen konnten sie nicht wir jetzt nicht mit den anderen zusammen was auch gut so ist weil im ersten teil hat man sich so gedacht wir müssen es verhindern die leuchttürme zu entzünden ähm seh ich das gerade richtig da schwimmt eine insel ja durch die durch das entfachen der alchemie durch die leuchttürme werden halt energien freigesetzt die denn halt die landschaft verändern weil was willst du erwarten wenn der macht auf einmal wieder spurlos kommt die macht dann halt ein bisschen bisschen was kaputt wenn wenn alles auf einmal kommt über die welt und deswegen hat sich jetzt gerade ein stück von der von unserer welt von dieser welt abge abgebrückelt sozusagen und treibt jetzt umher so jetzt beginnen wir das spiel erst richtig war jetzt das intro wir sehen hier gerade schieber und felix angeschwemmt wir reden jetzt gerade hier was machen wir jetzt wollen wir jetzt weitermachen oder wie gehen wir jetzt halt vorne genau weil die hat gemerkt haben hey wir sind jetzt von der haupt land abgeschirmt weil auf der insel jetzt hier treiben und die insel ist halt so schnell dass wir einfach mal in whirlpools hinein schwimmen sozusagen sieht äußerst beruhigend aus so alle sind wieder k.o. weil er ist ja auch stressig mit so einer insel die schwimmt und das ist davon nachvollziehbar und auf einmal hier wir bestimmen beziehungsweise wie heißen die im wasser und was ist passiert ja unsere insel ist jetzt auf einem anderen land gegen gestoßen und jetzt sagen wir uns so ja erkunden wir das mal besser gegen andere landmassen als irgendwo untergegangen genau denn alex ist auf einmal weg mit dem schiff wie schein der schiff ist nicht mehr da wir sind noch vier alleine james die incentives haben noch ein bisschen zeit wollte ich das jetzt verstanden habe ja dass der dollar hahn fight für golden sun 2 braucht noch ein bisschen was also als wir vorher gesehen haben war es gerade bei so 8 9000 und es braucht 50.000 also jetzt kaufen wir erstmal ein bisschen heilkräuter weil wir überspringen halt viel und kriegen halt sehr viel schaden manchmal ist das so vom spiel vorgesehen dass man einfach dran vorbeigehen könnte wie du meinen ist das so vorgesehen dass man an dem spiel also an den parts dran vorbeigehen könnte wo jetzt gerade quasi die sache die aber springt wenn ich ist nicht schlimm also ich weiß jetzt gerade nicht genau was du gemeint jetzt damit aber naja äh jetzt haben wir gerade eben den ersten djinn gesehen der in uns gesicht so gedacht hat ey ich verbinde euch mit euch die djinn mechanik mechanik in diesem spiel finde ich super gut die djinns geben dir status veränderungen so erhöhten angriff erhöhten leben und so weiter und so fort haben aber auch noch eine fähigkeit die sie jeder djinn eine andere hat also eine andere fähigkeit die die man einsetzen kann aber wenn man die fähigkeit einsetzt gehen die djinns in standby brauchen dann zwei drei runden damit die wieder aktiviert werden aber in dem zeitpunkt wo die rot sind also verwendet worden sind verlierst du die status den status also die erhöhten angriff den erhöhten leben und so weiter und so fort den verlierst du denn was halt risk reward ist ne also risiko belohnung und belohnung ich muss einfach noch ich bin immer noch fasziniert wie hübsch das spiel aussieht und naja die charaktere von dem ersten teil gibt es ja immer noch ne die spielt man nachher auch noch dann das ist auch noch eine passende frage und da über einem ähm fianaru fragt ob man die level und viecher aus teil 1 wählt also ich glaube die waren die djinns da war ich gerade dabei ach entschuldige ja und die haben dann auch die djinns und so weiter und so fort die dann äh du hattest wir müssen jetzt gerade wir bereiten unseren ersten glitch vor wir machen die ganze zeit move bis wir keine keine synergie punkte mehr haben äh synergie punkte und haben den den rückzug spiel den der einen zurück zum ersten punkt des spiels bringen also nicht nicht des spiels des äh des dungeons oder der höhle so halt wie flucht sei im pokémon ähm und den benutzt das problem an der sache ist wenn du den in einem wenn du den in einem hotkey hast und den drückst und du nicht genügend mana hast sagen wir mal denkt sich das spiel trotzdem du hast den äh den zauber gemacht das heißt du bist im ersten punkt äh 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 im ersten raum der höhle beziehungsweise des dungeons denkt sich das spiel aber du bist immer noch auf dem selben punkt wo du da bist weil du ja nicht genügend punkte hattest und deswegen wenn du jetzt zum beispiel eine tür betrittst oder irgendwie die map wechseln würdest wechselt es die tür im ersten raum und das ist meistens immer die zweite tür und die zweite tür ist war hier halt das ende des der höhle also quasi deswegen haben wir einfach die ganze höhle einfach übersprungen gerade indem wir runtergefallen sind also quasi ein wrong warp ein wrong warp ja cool aber man kann mit dem rückzug glitsch noch mehrere sachen machen weil nicht nur nicht nur türen werden davon betroffen sondern auch items die man aufsammelt und manchmal kann manchmal gibt es auch im ersten raum dann passiert auch noch was schönes das heißt er hat gerade mit einem relativ simplen glitsch den er gemacht hat ganz schön viel verändert ja die sind dieser glitsch ist einfach nur ab keine mana benutzen rückzug auf hier kurze taste also die kurztaste r oder l weiß jetzt nicht welche taste das ist und dann spiel denkt sich du bist im ersten raum du bist es aber nicht cool manche djins greifen auch einen an muss man den kampf gewinnen damit sie einen anschließen das ist nicht nur so dass dass jeder sich sofort anschließt sondern muss manchmal gegen sie kämpfen manche djins kannst du auch ähm überzeugen manche djins kannst du auch einfach nur auf der karte finden wenn du in bestimmten stellen hingehst aber die werden dir nicht angezeigt wo die sind du musst Zufall zufällig äh du musst wissen wo die sind beziehungsweise ja mit einem Zufall denn halt einfach auf ähm Overworld ohne Indikator dass sie da sind also so wie ich früher bei Pokémon rumgelaufen bin und alles immer A gedrückt habe damit ich die Items auf dem Boden finde genau genau so zu sagen so ist das ein halt Zufallskampf der denn da an an der bestimmten Stelle ist bei djins ist leider auch der Fall die kann auch entkommen einfach fliehen das heißt du musst raus und wieder rein und wieder probieren den Kampf mit das was er gerade her gemacht hat ja das ist zweimal passiert diesmal ja das ist zweimal passiert diesmal hier haben wir wieder den Rückzug Glitch gemacht und wupps sind wieder am Anfang das ist schon ziemlich cool kannst da so viel mitmachen du hast es ja gerade schon angedeutet was da noch kommt und werden wir dann ja nachher noch sehen oder hören genau ich werde dir auch noch erklären dass der zweite Gegner in einem Kampf auch noch sehr wichtig ist also wenn du einen Kampf hast und mehrere Gegner hast ist der zweite Gegner ganz besonders wichtig ok oh ja ja natürlich ja das auch funktioniert du bist richtig also wir gehen in den Schrein des Seagods jetzt gibt es zwei Objekte hier kann ich gut verstehen Akrana oh Akrana ist aber auch ein schönes Spiel also kann man immer spielen ja so wie ich es jetzt gerade mitkriege scheint das auch ein Spiel zu sein was mir nochmal zu Gemüte führen sollte ja das Gute ist Nagakuga in den meisten RPGs gibt es ja noch nicht mal Glitches aber hier gibt es zum Glück noch Glitches sonst wäre der Run hier noch um einiges Länge so 8 oder 9 Stunden oder noch mehr ähm und das ist jetzt die Sache warte was wir haben Out of Bounce weil hier es nur einen Ausgang gibt das meinst du das wenn es keine zweite Tür gibt genau dann wird es dann wird zur Tür null genommen und diese Tür heißt durch Wände laufen ja die Tür null ist manchmal einfach Out of Bounce cool und das ist wichtig halt der zweite Gegner den man hat manchmal wirst du sehen dass er einfach nochmal mehrere Kämpfe macht um einen bestimmten Gegner zu haben in der zweiten Stelle damit auch der Out of Bounce funktioniert so ok so ok Reilinger nicht nur dir nicht nur dir ich würd's mir sofort holen übrigens tatsächlich auch also jetzt gerade wenn ich das im speziellen so sehe doch mal und hier haben wir den ersten Wind-Gin auch Jupiter-Gin genannt wir haben also jetzt Erde Wasser und jetzt Wind nächstes ich kriege dir nur noch Feuer ja schöne Abwandlung davon mit der Empfehlung an sich Blood Dive jetzt habe ich mal jetzt habe ich mal das war eben der Rückzug wenn man genügend Synergiepunkte hat das sieht auch viel mehr aus ja ja muss er eigentlich bis kurz das es geht ein bisschen machen wir aber das kommt später werden uns durch den Rückzugsglitch noch hier und da noch ein paar Hilfen holen also mit dem Dekan Plateau Gott wenn ich diese Säulen sehe erinnere ich mich wieder wie den ersten Teil wo man die durch die Gegend gezogen hat und hier werden wir gleich mal die nächste Variante des Rückzugsglitchs sehen in dieser Map nächste Variante nicht nur mit den Türen ok nehmen wir mal an es geht in dem Fall um Löcher nein Kiste guck mal wir haben aus einer Kiste zwei Atems bekommen die Kiste war doch schon offen ja wir haben das muss ich auch mal ausprobieren zuhause wir haben jetzt einfach eine Kiste aus dem Raum vorher geöffnet ja das ist eigentlich eine Kiste da wo wir eigentlich noch nicht hin kommen sollten deswegen die West ist toll und hier sieht man das mit denen wir sind einfach nur in dem Weitland gelaufen und auf einmal kam Jinn der Eck ist also ein Jinn also sehr schwierig alle zu bekommen wenn man sich nicht anguckt wo die alle sind ich glaube dann kann man auch so ein paar hundert Stunden da rein stecken um sie allein zu finden was heißt denn in jeden Wald musst du dann rein rufen und hoffen ein paar drei vier Kämpfe fünf vier fünf Kämpfe machen uff ich bin ja mal neugierig ich guck mal ob es ne 100% Kategorie gibt Sekunde ich bin mal gespannt wie lange die dauern würde wir kommen aber noch wieder zurück in dem zu dem Dekan Plateau die ist gar nicht so viel länger ist auch von ihm gehalten von Plexa eine Stunde länger als das was wir gerade sehen werden also zumindest ungefähr eine Stunde länger und hier sind wir zurück wir sind eben gerade von hinten in die Karte reingekommen und deswegen äh sind die Sachen die wir äh gemacht haben ähm die wir vorher gemacht haben mussten wir dann nichts mehr dagegen tun also wie zum Beispiel der Jinn wäre eigentlich denn in den Loch gefallen und du müsstest dann hinterher aber da wir jetzt hier äh andersrum reingegangen sind war ja schon lange im Loch also so muss man ihn nicht jagen sondern er ist einfach schon da ja jetzt weil er keinen Weg mehr äh Weg mehr weg hatte weil wir ja den den Weg platt gemacht haben greift er uns an sonst wäre er nach rechts gesprungen also du musst dann immer für manche musst du dann wirklich einen einen Rätsel machen um die Jinn zu bekommen für manche hier hat man die nächste Variante von Jinn gesehen wenn die Jinn benutzt worden sind mehrere von denen benutzt worden sind kannst du Beschwörungen machen mit den mit diesen Jinn die je nach ja er ist einfach aus dem Loch gekommen gerade dass das zu war da war wieder Rückzug Glitch ja Minutenschnitzel das wird noch gespielt und so wie du siehst sogar es gespeedrunnt in die in den Tunnel gehen wir nur rein um die Encounter Rate wieder auf Null zu setzen weil du hast ja wie in den meisten RPGs je länger du läufst desto höher hast du eine Wahrscheinlichkeit Gegner zu bekommen wenn du in einem wenn du den Raum wegsetzt und wieder zurück gehst ist er wieder auf Null gesetzt diese Step-Counter wie man sie typischerweise kennt genau und das ist das wird dann halt öfters benutzt was wir gelernt haben und es ist wie oh wow das macht so viele Dinge so einfach um um aber ja es gibt viel was wir wirklich darüber sprechen um aber wir haben hier ein paar also ja wir haben tatsächlich einen breather in der Runde wow um Agge du bist auf, buddy oh hier wir gehen wir haben eine 25 Dollar von Dark Amathes die sagt übrigens dein Name macht mir Hunger Minutenschnitzel das ist nicht so gut das ist sehr ungünstig ich bin ja mal gespannt auf die wie er die Summons einsetzt oder ob er das überhaupt braucht also diese Kombination aus den Gins ne war das jetzt bitte? diese Summons die er machen kann also diese Beschwörungen mit den ja Beschwörungen genau da brauchst du halt mehrere mehrere Gins am benutzen also wenn du die mehrere Gins benutzt hast kannst du dann halt sozusagen wie zwei Erde Gins kannst du die benutzen um eine Beschwörung zu machen und so gibt es dann nachher später noch Kombination mit zwei Erde und vier Wind Gins oder halt vier vier Wind Gins alleine und so weiter und so fort gibt es mehrere Beschwörungen die du auch über die Karte finden kannst da bin ich echt gespannt und in Höhlen da sehr viel Optionales was du dir holen kannst das ist cool ja wir werden die nie sehen wir werden immer geskippt weil die Animationen von den Beschwörungen sind eigentlich richtig geil sind richtig gut wie gesagt und das sieht super aus und das vor allem für ein Game World Advance Spiel das kommt halt nochmal oben drauf die Variation das gibt denke ich mal so 20 20 Beschwörungen oder mehr cool und ja genau wie Maggot Warrior grad schon sagte ungefähr noch fünfeinhalb Stunden geht der Run also Jay Swifty du kommst genau rechtzeitig also der Run ist noch genau du hast noch Paulins in Gange ne 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 we would not be able to survive for Seidon without fear so therefore we cannot call him rubbish ja und his greatsword got a red line down the center so he's cool Das ist eigentlich eine Schining Force 3-Referenz. Du dachtest, ich würde nichts machen? Das ist wahr. Die Bastardsword in Schining Force 3 hat eine Red Line im Zentrum. Und es ist letztlich das gleiche Modell. Danke, Dr. Mr. Kamala. Nein, keine Wörter. So, warte mal. Würdest du sagen, dass er hier ist? Wir kriegen irgendwann noch ein viertes Teammitglied. Ja, und ein viertes Teammitglied kriegen wir noch, der noch ein fünftes, sechstes, siebentes und ein achtes. Ah, dass man die halt dann austauschen kann untereinander. Cool. Hier holen wir uns erstmal das Piratenschwert. Cutlass. Was wir aber nur dafür benutzen, um zu verkaufen. Ja, Piraten, sie haben wertvolle Dinge dabei, wenn das zu verkaufen ist. Nicht verkehrt. Ja, ja. Doch, das ergibt Sinn. Das ist einer der wenigen Kämpfe, die er jetzt tatsächlich mal macht, ne? Von den Wildnis-Fights. Genau. Um für jeden Level-Up zu holen. Ja, das ist auch man gerade dabei. Ganz schön für jeden Level-Ups dabei. Ja. Eigentlich sollten man jetzt Jumpy Desert machen, machen wir aber nicht. Oh, okay. Dann halt nicht. Weil wir machen jetzt die Sache, die eigentlich danach kommt. Wenn man halt weiß, dass das geht, dann klar. Eigentlich geht das nicht. Okay, okay. Lass mich raten. Wir nutzen wieder einen der wundervollen Glitches. Natürlich. Unser wunderschöner Rückzugsglitch. Klar. Universalglitch. Woohoo. Ja, ich mach das Spiel mal nebenbei einfach so kaputt. Glitch, ja. Ich mein, das kann jedem einfach normal, der das normale Spiel passiert sein, nebenher, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es vollkommen abwegig ist. Wenn man hier sehen kann, Damage-Anzeige ist einfach, wenn du nach der Zahl 41 Damage, drei Ausrufezeichnungen siehst. Das ist dann ein sehr effektiver Angriff. Ach, guck an, wie bei Pokémon. Genau. Boah, ich hätte jetzt so Bock, mir das für die Switch zu besorgen und dann zu zocken. Gibt es überhaupt für die Switch? Ich glaube nicht. Nee, aber ich hab nur die Switch da. Das wäre richtig cool, so richtig schön zu hinschillen aufs Sofa oder so und dann... Jetzt holen wir uns ein Armband und eine Axt für Felix. Das darfst du anerkennen. Alt-R4 wäre auf dem Gameboard-Vance, beziehungsweise der Wii-U auch ganz schön schwierig. Ne, Alt-R4 geht hier nicht, da auf Anerkennnis, no safe in Quid. Das kommt noch dazu, stimmt. Dann gibt es noch ein Klassensystem in diesem Spiel, das abhängig ist von wie viele Gins und welche Gins, welche Kombination von Gins. Du in deinem, auf deinem Charakter hast. Das verändert auch die Fähigkeiten, die die Charaktere haben. Okay, also quasi, dass man... Ich glaube, die meisten hatten jetzt Squire so drin stehen. Wenn sie zum Beispiel dann Ritter werden, werden die dann irgendwelche Angriffs-Moves kriegen eher? Ja, natürlich, genau. Und dann halt, wenn du... Du kannst halt hin und her wechseln und kannst auch... Eigentlich ist Felix ein Erde-Adept, aber du kannst ihm auch Vengeance geben. Weil eigentlich sind jeder Charakter kategoriert. Wie zum Beispiel Jenna ist ein Feuer-Adept. Felix ist die Erde, also, äh... Dann Shiba ist Jupiter, also Wind. Und wir haben leider gerade kein Wasser. Obwohl wir schon Wasser-Gins haben. Aber wir können sie halt auch schon ausrüsten. Manchmal brauchst du auch hier, ähm... Manche Klassen, weil die haben Skills, die dann auf Gebieten weiterbringen. Die du sonst nicht hast, wenn du pur auf... Dasselben Gins gehst. So ein bisschen... Jetzt da... Da Felix jetzt zwei Erd-Gins hat, ist er jetzt der Ritter. Wie schon gesagt. Wie du schon gesagt hast. Ja, nice. Aber ich habe noch recht mal. Juhu! Er hat gerade einen Troll gekillt. Ich bin ein bisschen traurig. Oh! Er war bestimmt kein netter Kollege von mir. Er ist ein bin er, Rock. Und eigentlich ein bisschen später machen. Viele mochen den Dungeon, eigentlich. Also, ich mocht... Es war so... Ja, manchmal ganz schön ekelhaft. Großer, ein großer Emu. Weil die Gegner hier gerade nicht gerade so ohne sind. Um, you also opened the map and scrolled the cursor to the top. I was curious, sir. Ja, ich brauch nicht das, eigentlich. Das war... No, das war's für mich. Basically, es ist ein bisschen von memory, wie ich gesagt habe. Und ich mache mich auf die Erd-Ginschaft. Das ist gut. Das ist ein bisschen. Ja, die sind... Ja, die sind... Ja, die sind... Um, so... Ja, wenn... Wenn du die Enemies auf dem Bildschirm... Um, da, 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 da... Da, 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 da... Er bekommt nicht den richtigen... Den richtigen Kampf, den er haben will. Auf dem zweiten Slot. Was brauchen wir denn auf dem zweiten Slot, das Gegner? Es sind halt... Bestimmte... Bestimmte Monster, die er haben will, das ist... Wir werden es wahrscheinlich gleich sehen. Ich glaube, du willst nicht diesen Mini-Cop, in dem wir haben... Äh... In der zweiten Stelle haben... Den wir bekommen haben. Okay. Weil die schreiben was halt in den... Äh... In den Memory... Den man braucht für... Bestimmte Sachen. Also um dann zum Beispiel die Kisten dann zu öffnen oder sowas. Genau, die dann die Werte verändern von... Den Kisten oder die Türen und so weiter und so weiter und so weiter. Oder Out of Bounce. Das ist ja auch ziemlich gut für ein Game Boy Spiel. Also für ein Game Boy Advance Spiel. Beeindruckend. Jetzt nicht... Der absolute Hit, aber sie ist schön... Ziemlich ordentlich für so einen Game Boy Advance Titel. Man hat halt hier die... Die Mechanik, dass diese Steine halt... Wirbelwinde erzeugen, wenn du... Klein Wirbelwind benutzt. Hat man ja jetzt gerade gesehen, den ganzen Laub und so weg. Damit man jetzt hochklettern kann. Hier ist halt... Viele Gegner, die halt schwach gegen... Äh... Ray ist. Also den Jupiter... Äh... Zauber, den wir haben. Wind. Und... Und... Ja, es ist halt schwierig. Weil... Wir haben halt nichts zum... Um die Mana-Punkte, beziehungsweise die Synergie-Punkte wieder... Äh... Ach man, jetzt komme ich nicht auf dem Wort. Die sind alle benutzt. Um den wiederzubekommen. Die Synergie-Punkte zum Angreifen. Das Einzige, womit du die wiederbekommst gerade, ist umherlaufen. Bloß das Problem an der Sache, exzessives Umherlaufen im Kreis oder so, das dauert halt, ne? Um die... Punkte wiederzubekommen. Und verändern vermutlich dann auch wieder den Step-Counter für die... Ja, natürlich. Du kriegst auch mehr Kämpfe. Also letztendlich kostet es einfach viel Zeit. Genau, du willst... Du willst halt nicht, dass dein... Der rechte Charakter auf null... Oh... Null Punkte ist. Weil... Seine normalen Angriffe machen halt keinen Schaden. Und... Der... Blitz-Zauber, den wir hier immerzu wiedersehen, ist halt... Sehr effektiv. Ich kann das alles nur auf Englisch. Säulen. Die Säulen. Ja, wir werden auch noch Sachen sehen, da... Ja... Sollten nicht so sein mit den Säulen. Also die man sich gegen schieben kann oder vor den Boden gebonkt hat und sowas. Die man schieben kann. Okay. Aber das werde ich dann erklären, wenn... Wie das alles. Wie das alles. ist und wo es hingehen soll. Die SS geht ja zu dem Jupiter Leuchtturm und das ist halt der dritte von den Leuchttürmen, die wir anzünden möchten. Das Problem an dem Rückzugsgrad, wie man sehen kann mit den Klettern, auf einmal, ja wir sehen unsere Charaktere nicht mehr. Ich rat, wir sind hinter der Wand verschwunden. Danke für den Sub, Jannis. Und die Sache ist die, eigentlich würde da oben eine Mechanik sein mit Wind. Bloß wenn wir das nicht sehen sind, ist der Wind nicht da. Deswegen muss er das jetzt da oben blind machen und geht dann einfach oben her. Das sieht so merkwürdig aus, es wiggelt einfach bloß der Berg hin und her. Wir haben eben grad den, hier ähm, die Säule weg, äh, nach rechts gedrückt, damit wir jetzt hier den Wind, Wirbelwind machen können. Er hat jetzt einfach nur mal gezeigt, wegen Marathon, was er gemacht hat. Ah, okay. Das hat er hier alles schon gerade, gerade blind gemacht. Weil, ja, ohne Wind. Wenn man den Wind nicht sieht, ist er nicht da, ne? Ja, natürlich nicht. Wie, wie alle Dinge, die man nicht sieht, sind nicht da. Es ist immer so. Im Moment. Ich glaube, die Dinge interessieren sich eigentlich nicht dafür, ob man sie sieht oder nicht. Diese Steine sind, äh, heilen dich halt, deine Synergiepunkte voll. Ah, das war so zu viel und das ist auch jetzt schon wieder ein Dungeon im Dungeon. Also, der, das, der Außenbereich und der Innenbereich zählen nicht als eins. Das heißt, wir kommen jetzt wieder in dem Raum, wenn wir jetzt den, den Rückzugsglitz machen. Ah, okay, das, das ergibt natürlich, Moment, da waren aber mehr als zwei Türen. Ja. Ja. Meistens ist es immer die zweite Tür, die man geht. Bzw. es gibt auch mehrere Türen in dem Raum. Jetzt kann man es sehen. Wenn man sich richtig platziert und den wieder zurückzieht, ja, bist du in der Säule und das Spiel denkst du so, in der Säule ist nicht gut. Also, nach oben, mit dir. Ja, du kannst ja den Müll auf der Säule stehen. Wir haben ja in mehreren Spielen schon. Ja, ja, klar, klar. Weil, wenn du, wenn du in einer Säule stehst, kann doch nicht sein, du müsstest ja dann auf der Säule stehen. Ja, klar, wo sind sonst? Also, ich sehe ja keine Alternative. Deswegen, drückt er dich nach oben. Und dann stehst du auf der Säule, musst, muss kein, alles nichts verschieben hier und ja. Das spart viel Zeit. Ja, natürlich, sonst müsstest du ja die ganzen Säulen richtig verschieben. Und dann von A nach B springen. Ja, genau. Auf der Säule steht. Habe ich auf der Säule gesagt? Oder ich. Kann auch ich gewesen sein. Auf der Säule. Hier, hier machen wir es nochmal. Ne, aber was? Das war jetzt ein Safety-Safe, nehme ich mal an. Ja. Ja, hier haben wir schon wieder gemacht. Und wir haben wieder die Magie benutzt, die ganze Zeit, um das hier zu machen. Und dann rücksücksglitsch. Eigentlich müsste da Wind kommen. Aber, ne, lass mal. Heute nicht. Nö, nö. Wenn wir uns was sparen können und es schneller geht, dann lassen wir uns auch weg. Da, da ist der Wind. Ja, klar. Das war eben gerade auch eine Sache vor unserem Rückzugsglitsch. Weil wir ja offiziell gar nicht in dem Raum sind, sind die Sachen gar nicht aktiv. Genau. Cool. Das heißt, wir setzen nicht nur andere Gänge in Kraft, sondern wir aktivieren auch andere Skripte von anderen, also beziehungsweise lassen sie sie aus, weil wir ja gar nicht da sind. Das ist ja cool. Das Spiel denkt halt, wir sind hier in dem Raum. Und da ist kein Wind. Hier machen wir wieder, dass die Mana wieder auf Null ist, also die Synergiepunkte. Ich dachte eigentlich bloß, der Runner winkt uns. Und schon stehen wir wieder an der anderen Tür, am Anfang. Das kommt auch immer drauf an, wie wir reingehen, ob wir von unten hoch reingehen oder runter reingehen. Ich kann mich raten, dann kommen wir an der anderen Tür eigentlich wieder raus. Also da, wo es anders, ja das sowieso, aber anders als es eigentlich geplant ist. Wenn man halt von oben runter geht, dann kommt man halt aus der zweiten Tür am Anfang raus. Das sind wir auch gerade gewesen. Die linke Tür ist die zweite Tür. Kamer dann da raus. Deswegen waren wir jetzt schon wieder hier. Es ist übrigens beeindruckend, wie schnell er mit den Menüs umgeht. Weil das ist ja immer so ein Ding für Rollenspiele, dadurch, dass es meistens viele Menüs sind, dass er da ganz schön schnell mit ist. Man weiß halt genau, was man macht, ne? Ja. Man weiß, den Gin nach rechts, den Gin nach oben, den auf Standby setzen. Damit du die bestimmten Fähigkeiten, beziehungsweise die Beschwörungen gleich machen kannst für den Boss. Damit es dann halt um einige schneller geht. Und das für einen 6-Stunden-Run. Das ist halt unfassbar. Voll gut. Hier, wir haben wieder Retreat-Glitch gemacht. Guck mal, wir haben anstatt unsere Mana zu bekommen, haben wir eines der stärksten Waffen im Spiel bekommen. Ja, ist klar. Ich will so einen Glitch auch für zu Hause haben. Dann greife ich demnächst mal einen Kühlschrank. Weil wir einfach, weil wir anstatt die, diesen Stein zu benutzen, haben wir einfach eine Kiste geöffnet. Ja, klar. Eine Kiste, die wahrscheinlich gar nicht in diesem Dungeon ist. Oh, guck mal, beim Schieben ist genau dasselbe. Da sind wir einfach mal, just durch die Wand. Die haben sich einfach die Kollision an der Wand gespart, weil man müsste ja gar nicht da, die sollte man ja gar nicht begehen können. Man sollte da eigentlich nicht begehen können, genau. Und hier haben wir Megiddo, der einfach mal 400 Schaden macht, anstatt die 50 Schaden, die wir sonst machen. Genau, das ist voll normal. Das Problem an der Sache ist, es dauert lange, dieser Angriff. Deswegen wollen wir jetzt eigentlich noch nicht, dass es häufig funktioniert, dieser Angriff. Aber er hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, leider. Er ist eines, der eine Endgame-Waffe ist. Jetzt machen wir anstatt 40, 50 Schaden mit einem normalen Angriff, machen wir 140. Was jetzt die nächsten paar Gegner einfach mal mit einem Schlag tötet. Bisher alles gut. Viel sieht man nicht von den Dungeons. Hier ein bisschen mehr, aber sonst. Bisher noch nicht so viel gesehen. Also wie gesagt, den Glitch brauche ich echt fürs Real Life. Das ist ja so praktisch. Einfach dann in, was ist nicht, in der Kiste greifen und dann irgendwas super teures rausziehen, was da eigentlich gar nicht drin lag. Das fände ich super. Ja, machst du in einem Fach in einem Büro auf und hast die Tresor geöffnet. Ja, gut, das ist interessant. Der einfach mal zwei Stockwerke über dir ist. Das Konzept ist gut. Wir müssen es halt verschieben, wenn wir wieder lang kommen, weil sonst uns der Windsturm immer wieder zurückschickt. Ja, der Wind, der Tunnel ist halt zu lang, sonst wird es halt immer wieder weggeboostet. Genau, hier wird man dann getroffen werden vom Wind und dann wieder zurückgeschleudert. Ja, Quandos, ein Sechs-Stunden-Run. Ist aber nicht der erste, der relativ lang ist. Also für dieses GDQ glaube ich ja, aber wir hatten auch schon mal beim GDQ Final Fantasy oder so, die auch schon mal drei bis sechs Stunden lang sind. Ich glaube, sogar acht Stunden war auch schon mal dabei. Ja, aber es ist, für dieses GDQ ist es der längste Run. Ja. Was ich halt auch cool finde, ist einfach die ganzen Mechaniken in den Dungeons. Wie man hier sehen kann, auf einmal die ganzen Plattformen gehen weg. Auch wenn wir den Großteil jetzt überspringen natürlich, aber die, wenn man es casual spielt, also ganz normal, war da glaube ich eine ganze Menge an zu rätseln und so. Wir haben jetzt einfach eine neue Beschwörung gelernt. Werden wir die auch als Spieler sehen, also für den Run vorkommen? Ja, wir werden den hier nicht sehen. Wir, wir, wir skippen, nee, warte mal, eine neue Fähigkeit haben wir glaube ich gerade bekommen. Das war keine Beschwörung, das war eine Fähigkeit. Eins vor beiden. In Zweifel, in Zweifel beides. Es ist so absurd, diese ganze Zeit, diesen, 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 diesen Spell die ganze Zeit zu sehen und dann, ja, jetzt über hier weg und hier wieder weg und es kommt jetzt raus. Na. Wir gehen durch Yampi Desert. Jetzt, wenn du das Spiel spielst du vorst, wirst du wissen, dass wenn du, nach dem Alhapri, gehst du nach dem Süd des Yampi Desert, wirst du in eine hole, die du nicht rauskriegst. Also, das ist essentiell eine blockade location. Aber, Plexer ist ein Speedrunner, also das nicht wichtig. Es ist komplett okay. Es wird okay. Megiddo. 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 Machen wir Yampi Desert. Das ist jetzt eigentlich der, eigentlich das Ende von Yampi Desert. Also, wir sind jetzt wieder von hinten reingegangen. Und hier halt mal wieder durch den Rückzuglitch, wieder out of bounds, ohne dass die Map mit scrollt. Und ja. Also, wieder das, wir sehen nicht, was die Sache eigentlich ist. Hier haben wir wieder, und schon sind wir draußen. Hier haben wir wieder mit der Tür Null gehabt. Und das war wieder halt, nirgends, wo wir eigentlich sein sollten. Und sind da einfach rausgegangen aus der Map. Damit wir schnell wieder vom, von der Wüste weg sind. Ich glaube, das Incentive bewegt sich gerade ganz gut in die Richtung, dass wir es vielleicht doch noch sehen werden. Den Fight gegen, äh, Dullahan. Ich hoffe mal. Wir sind jetzt bei 20.000. Hm. Und 50.000. Ich will noch 30.000. Ich würde den Lieben gerne sehen. Naja, weißt du so grob, wie lange wir dafür ungefähr noch Zeit haben? So das, also von der Einstellung des Runs, von der Länge her? Guck auf, was es ist hier mit. Das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht. Weißt du, wann das ungefähr passiert? Also, oder ob der am Ende, äh, ganz deutlich extra zu machen ist, oder so. Poseidon wird nicht geskippt. Poseidon wird bekämpft. Ja, griskt, oder griskt, äh, werde ich nachher tun, aber jetzt nicht, und ich glaube, das betrifft nicht, äh, ist auch unwichtig für den, äh, für das, was hier gerade passiert. Das Brustl-Suite System. Na, jetzt haben wir gleich einen Kampf, ein bisschen hälteren Kampf. Also, normalerweise würdet ihr wahrscheinlich nicht speichern. Für uns jetzt in dem Showcase, also weil er uns jetzt den Run Heroes präsentieren will, würde natürlich speichern, nehme ich mal an, ne? Genau. Ja, der Kampf ist hier ein Run Killer. Okay. Spatzen Orca, ja. Das ist ziemlich genau ein 6 Stunden Run. Weil hier hoffen wird, dass, bei Bosskämpfen hoffen wird, dass Megiddo kommt. Klar, macht ja auch völlig Schaden. Doch, 300 mehr Schaden als normale Angriffe, ne? Ja, doch. Keine bis 400, ja, das ist so. Das macht den Kampf dann doch schneller, dann kann man die Animation dann doch mal ertragen. Wir versuchen jetzt erstmal nicht Bricks anzugreifen, das ist der Boss. Wir versuchen erstmal die ganzen Kleinen von ihm anzugreifen. Weil, wie man hier sehen kann, pfeift er und es kommen neue. Was bedeutet, mehr Erfahrungspunkte. Ich wollte gerade sagen, damit kann man jetzt ganz bequem nur Erfahrungspunkte sammeln, wie cool. Deswegen, wir haben gerade Bricks geheilt. Also unseren Boss geheilt. Ach ne, er hat sich selber geheilt. Er hat sich selber geheilt. Mit einer Nuss. Er heilt sich, weil er ist auch ein Mensch. Er kann auch die Items benutzen. Das finde ich eigentlich mal ganz cool, dass man das auch mal bei Gegnern sieht. Aber er hat halt nur ne bestimmte Anzahl an Items. Ein Angriff. Tschüss. Wir haben aber noch recht Glück gehabt. Weil wir Gegner können Rauchbomben benutzen und dann trifft unser Charakter nichts mehr. Und dann kann auch Megiddo nicht funktionieren. Und ach. Ja. Gut, dass wir Glück hatten. Der gute Plexa, der gut durchkam. Ah ja, und uns für Info. Wer die Story vom ersten Teil sehen will, Esa. Woher stimmt? Esa ist der erste Teil dran. Das heißt, ihr werdet das jetzt potenziell in der nicht richtigen Reihenfolge mitkriegen können. Und wir haben auch eine 250 Dollar Donation von Samuel Lusik, der sagt, Golden Sun ist ein fantastisches Spiel. Ich liebe die EGDQ und die Räse bei Hotfit. Ich habe alle drei Spiele nachdem, und sie sind immer wieder zufrieden. Schreib ruhig, mach mal kurz alleine weiter. Ich bin gleich wieder da. So, ich... Ich tue, was ich kann. Es ist gleich. Ah, die Leute spenden gerade fleißig für das Incentive. Also für den extra Bossfight. Jetzt mal wegen dem extra Bossfight ist das Estimate, also die Zeit, die, ähm... Der, 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 der Runner angegeben hat, die er ungefähr braucht, auch so lang, wie sie lang, äh, wie sie jetzt lang ist. Mit die sechs Stunden. Das ist eine lange Quatschphase im Spiel. Ach, hallo, Midgard-Bär. Wohin hat EGDQ, wie ist denn der Look noch? Ähm, kennt ihr? Bibi, ihr habt es wieder da. Ja. Was ich halt so gut an dem Run finde, dass er sehr einsteigerfreundlich ist. Natürlich von der Zeit her nicht. Aber von dem, was man kennen muss. Der Hauptglitch ist halt einfach sehr einfach. Ja. Da muss man nicht trennen. Das ist das, was ich vorhin meinte. Der kann einem auch zufällig passiert sein. Kann passieren, ja. Du sollst einfach nur keine Synergiepunkte haben. Auf den Tasten, Tasten, Kürze Rückzug haben. Und drücken. Ja. Pettig, du hast den Glitch gemacht. Gut. Man erinnert mich denn die Optik des Spiels. Das war ein Taktik-Rollenspiel für irgendeine Sega-Konsole. Was ist das denn? Taktisches Rollenspiel auf einer Sega-Konsole. Ja, so vom Stil her wie Fire Emblem. Naja, egal. Muss schon mal nachgucken. Ah. Schau an. Dann kommt jemand noch jetzt und er wird mich ersetzen. Nämlich ablösen. Einen Moment. Das wird nämlich der gute Happy Camper sein. Hey, ist endlich da. Ja, genau. Hallo, Happy Camper. Hallöchen. Hi, Happy. Ich glaube, von der Lautstärke passt das auch schon, Hagrid. Alles klar. Alles gut. Gut. Dann kling ich mich aus. Arbeit fertig? Arbeit ist fertig. Und ich auch. Nichts und fertig? Nein, gut genug, um einen Run zu kommentieren. Da sind ja noch nur knapp 5 Stunden. Ja, daumen mal P. Alles klar. Hat der Run etwas spät begonnen? Geht. Geht eigentlich. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass wir schon viel weiter sein werden. Gut. Dann euch beiden viel Erfolg. Vielleicht bin ich nachher noch dabei. Und vielen Dank, Treupol. Danke für die Kommentare, so weit. Danke fürs... Ja, ja, alles gut. Mach dir das mal. Ich bin ja in der Regie weiter. Bis dann. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Naja, der, äh, äh, der auf Trollpool ist, äh, ist immer noch da, aber... Geht jetzt in die... Regie-Bude. Genau, und wird uns von dort unterstützen. So, ähm... Was ist alles bisher geschehen? Äh, kannst du vielleicht... Vielleicht, ich will ein kurzer Recap, ob irgendwas besonderes war. Wir haben den Airstrock gemacht. Mit dem Wind... Mit dem Windstein und so. Ja, der ist ziemlich impressive schon mal für den Anfang. Jetzt machen wir den... Gorpion, glaube ich. Ja, ich glaube, jetzt muss ich das Gorpion kommen. Genau, also wir haben anscheinend gerade Bricks besiegt. Bricks haben wir besiegt, genau. So, und jetzt kommen wir zum... Zum König Skorpion. Ja, und, also... Wie wir dann auch... Ich meine, das wird ein Reoccurring-Themes sein, wenn man schon beim Bricks-Fight gemerkt hat. Wir haben ein etwas starkes Schwert, das werden wir auch weiterhin benutzen. Das wird zumindest die nächste Zeit die Strats ausmachen. Ein sehr, sehr, sehr nützliches Schwert. Ja, das Sollblade ist halt... Ja, sollte man eigentlich noch nicht haben. Wie gesagt. Deswegen ist es auch ein Speedrun. Wir machen Dinge, die vielleicht nicht so ganz vorgesehen sind. Ja, es ist ein kleiner Labyrinth, dieser... Diese Wüste. Ja, zuerst sammeln wir dann noch einen Gin auf. Ich bin jetzt nicht ganz aufgepasst. Ich glaube, das hat er noch nicht gemacht. Er ist, glaube ich, erst auf dem Weg. Ja, er ist erst auf dem Weg zu sehen. Der kommt jetzt erst. Dann holen wir uns noch einen Gin ab. Das ist Blitz, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Haben wir schon... Habt ihr schon Gin kurz erklärt? Ja, ich habe schon Gin kurz erklärt, ja, natürlich. Alles gut. Okay, super. Ich kenne es ja auch, das Spiel. Keine Sorge. Ja, okay. Nur bedacht der Zuschauer wegen. Aber das könnten wir vielleicht mehrmals erklären, weil... Bei so einem langen Wandel ist es ja eigentlich dazu. Ja, wenn die Frage kommt... Hä? Hast du einen interessanten Akzent, sagt er. Da darf einer kennen. Ja, ihr könnt ja gerne raten, woher ich komme. Und... Und hier... Hier sieht man schon... Im Sand... Irgendwas rumkrabbeln. Das ist der Skorpion. Zu dem wir jetzt gehen. Genau, der... Der muss hier... Ähm... Der muss hier noch besiegt werden. Zuerst, ähm... Kleines Puzzle lösen. Und dann... Dann dürfen wir ihn auch besiegen. Eine nächste... Psy-Energy... Äh... Zeit zu schalten. So... Ähm... I will have to... I think we should kind of like this... Chill on the hands and let it flex the focus for this next fight. Because... Yeah, yeah, yeah. We do need it. Yeah. Like this... So... Jetzt haben wir ihn in der Enge gedrängt und... Und... So, zuerst trollt er uns noch ein wenig, der Skorpion. Ja, weil sogar Tiere können's hier in der Geese einsetzen. Eigentlich genau die selbe Strait wie beim Briggs Fight. Haben jetzt halt erst den Angriffserhöhungen bekommen. Hm. Achso, die hat er beim Briggs Fight noch nicht gehabt. Nein. Oh. Wir haben jetzt die Angus Erhöhung bekommen vom Jupiter. Vom Jupiter Adeption. Lieber. Erhöhen halt den Angriff von unserem Hauptangreifer. Und ja, wenn... Dann macht Megiddo auch mehr Schaden. Hm. Hoffen wir auf ein paar Lucky Megiddos und dann... Ist der Fight umso schneller vorbei. Ist auch schon vorbei, ja. Na ja, jetzt machen wir wieder unseren Rückzugsflitsch. Mhm. Merkt man immer, wenn man so viele Zenergie benutzt. Weg ist. Mhm. Und diesmal kommen wir eben interessanterweise nicht irgendwo... Also normalerweise kommt man beim Retreat Glitch ja, ähm, bei einer anderen Tür desselben Dungeons quasi raus. Also man gibt ja, ähm, quasi gewisse Abschnitte eines Dungeons, um in einen anderen Part zu kommen. Aber wenn die Tür... Ähm, wenn es keine passende Tür gibt, dann kommt man eben an einen Default-Ort. Und das... Das ist eben genau dieser Strand, wo wir hier rausgekommen sind. Genau. Das ist, glaub ich, das einzige Mal, dass wir das in... ...Dame Run machen, oder? Ja, wir werden das nicht nochmal sehen, glaub ich. Ah, das stimmt. Aber es ist halt, es ist halt... Ähm... Ja, man skippt halt so ein bisschen was, ne? Ja, das stimmt mich auch zu gut und es ist eines der besten RPG-Reihe, die immer gemacht wurde. Finde ich auch ein sehr, sehr gutes RPG. Ja, mit einer... Ähm, mit einer der besten Risiko für... ...Belohnungs-Systeme, die es gibt für dich. Mit den Djinns. Du kannst sie halt auf Stand-by setzen, dadurch... ...Status-Werte verlieren, aber dafür große Beschwörungen machen. Hm, besonders auch, wie tief es geht. Also, wie ich das, wenn ich das erste Mal Casual gespielt hab... ...keine Ahnung hab, wie tief dieses Klassensystem auch geht. Äh, dass man da eigentlich so viel herumexperimentieren kann. Und, äh, es ist da ziemlich... ...ja, interessante Kombinationen auch gibt's. Wie du, dass ihr deine Gegner besiegen kannst. Ah, wir sind jetzt auf dem Weg zu... ...die Bombo. Aber erst bei den Kondorwan-Mount... ...äh... ...Mountains. Genau, jetzt ist... ...ich glaub, hier fangt das dann auch schon an. Ich glaub, wir haben noch keine Fairy gesehen, aber das sind... ...das können recht nervige Gegner jetzt dann werden. Ziemlich böse Fähigkeiten für, für, oder zumindest was Speedruns angeht. Okay, ja, um... ...können wir, glaub ich, ab sofort kommen. Ja. 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 Ja, jetzt haben wir hier den Kimbombo. Genau. Da gibt's dann noch eine kleine, ähm... ...auch so wie... ...Puzzle-Kletter-Passage. Die dürfen wir uns nicht erwischen lassen von den Eingeborenen. Ähm... ...sonsten... ...versetzen sie uns wieder vor... ...auf eine gewisse Stelle vor den... ...diesem Part und dann müsste man alles nochmal machen. ...b-4 von dem Speedruns kennst du eigentlich, Happy Camper? Ähm... ...is ne gute Frage, ich mein, ich... ...ich seh den immer wieder. Ähm... ...weil... ...ein Grunde sollte ich schon mal alles gesehen haben vom Run... ...so genau kann ich mir nicht sicher sein, weil ich glaub so richtig nieder hingesetzt... ...und einen ganzen Run gesehen halt nicht... ...des... ...ähm... ...deswegen hab ich übrigens gemeint, dass die Fairies euch nervig sind. ...weil die einfach... ...weil die können zum Beispiel einen einschläfern. ...ja... ...und sind schneller als wir... ...und egal was wir machen, die sind schneller. Ähm... ...ja... ...ohh, da komm ich erst jetzt, das seh ich erst jetzt. Äh, sie haben ja Custom Names. Äh... ...ja... ...ohh, das heißt wir haben nicht das gute Puzzle dann später. ...ohh, interessant. Gut, da gehen wir dann drauf an, wenn's dann soweit ist bei Moapa. Fairifax... ...leider nein, ich hab... ...ich hab nicht so viel Zeit, um... ...um solche Runs zu werden. Okay, nevermind. Just, just, don't worry, keep going, as you were. Ähm... ...ich denk mal... ...Happy Camper, du hast auch noch nicht den... ...gerunt, oder? Nein, nein, ich hab auch noch keine Golden Sun... ...also beide nicht... ...gerunt. Ich kenn sie relativ gut vom... ...vom... ...vom Sehen her. Aber... ...so einen... ...sechs Stunden Run, ich mein... ...sechs Stunden... ...oder... ...fünfeinhalb Stunden braucht Plexa, wenn er das durchrennt. Und damit ist er bei weitem... ...oder bei weitem, bei gut 20 Minuten der Schnellste... ...vom Platz 2 entfernt. Wenn man das mal lernt, dann... ...dauert das erste Mal gut 8-10 Stunden. Ähm... ...ja... ...das ist... ...das tut man sich jetzt nicht so einfach an. Früher oder später würde ich mir das vielleicht auch... ...mal gern aneignen... ...die beiden Spiele, aber... ...das sehe ich noch weit in der Zukunft an mir. Vielleicht schaffen die... ...die... 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 ...vielleicht schafft die Community noch da ein bisschen weiter... ...neue... ...ähm... ...tricks rauszufinden... ...bessere Routen, sodass sich das die Zeit noch vermindert. Dann wäre ich eher dafür... ...angesporen, das auch zu probieren. Achso, das Gang hat doch Leora... ...die letztes Mal... ...bam...bam... ...dse RACETREAM... ...beleichts... ...dass das ist... ...im Winter... ...is eh Winter dieses Mal... ...auch... ...auch gelaufen. Bei AGDQ, ok? Ah, na, bei...bam... ...Asa... ...Asa Winter... ...AGDQ... ...war glaub ich... ...TLA... ...auch... ...die... ...erste Part... ...so... ...de Broken Seal... ...so... ...und... 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 ...so... ...jetzt... ...is... ...flexer schon fast... ...ah... ...schade hier nochmal ein paar Fairies... ...die mehr Fairies, desto schlimmer... ...Gute Nacht... ...Gute Nacht... ...und die hauen einfach so unsere Charaktere... ...zieht ihr das aber an... ...ja, jetzt ist er so gut wie durch... ...mit dem Part... ...da gibt's dann... ...die bösen, bösen Pixies... ...ja... ...ah, hier in der Overworld können sie ja auch, glaub ich, noch kommen... ...ohje... ...puh... ...aber... ...keinen Counter... ...nice... ...ja, jetzt sind wir in Kebombo angekommen... ...ja, und hier werden wir einem Ritual beiwohnen... ...mit einer riesigen... ...Statue... ...mhm... ...der aber keine Statue ist... ...werden wir aber noch sehen... ...hier müssen wir halt rüberjumpen... ...weil die einfach den ganzen Weg verblocken... ...deswegen müssen wir... ...halt... ...unkonventionellen Weg gehen... ...und hier sehen wir die Statue... ...die riesige... ...und diese Schamane versucht hier... ...dieser Statue... ...dieses... ...Artefakt zu geben... ...ähm... ...da sehen wir hier auch wieder Pierce... ...der... ...dich auch nach diesem Artefakt sehnt... ...weil er... ...es gehört eigentlich zu ihm... ...hallo... ...Alex... ...den kennen wir doch... ...vom... ...anfang des Spiels... ...wie man hier sehen kann... ...kann... ...der Charakter auch Synergy einsetzen... ...und... ...er ist halt der Schamane des Stammes... ...und... ...mach... ...und... ...sie nene sie immer gerne... ...die Monca S-Statue... ...weil immer wenn sie die Augen so öffnet... ...das sieht so schläg aus... ...so much, yes... ...those two are my favorite GBA-Games... ...and the first games I ever completed 100%. I have so many fond memories of these games and I think I might dig up my DBA again just to complete them for the 8th time, if I remember correctly. I don't think I could ever be bored of those, except for one thing. So, here schließt er sich dann noch die Gruppe an. Ja, bloß einen, bloß einen Mitglied haben in der Gruppe. Hallo Minen Goblin! Verifax, das habe ich gestern, aber nicht mit Chicken. Normale Burger, selbst gemacht. Mit Salat und alles. Mit Salatblättern und alles. Alles selbst gemacht! Außer Fleisch natürlich. Halibi Salat. Eine Salatscheibe, oder nicht? Bei mir ist es immer so ein richtig schön großes Salatblatt. Weil ich auch ein bisschen... Wenn dann mache ich mir zwei ganz größere und fertig. Dann ist es ein schön großes Salatblatt. Chicken Burger in Golden Sun? Hmm... Würde mir jetzt nicht einfallen. Es gibt Nüsse, es gibt Kräuter. Gibt's noch... Es gibt glaube ich... Also ich glaube, es gibt Eier oder so, die man auch finden kann. Irgend so... Irgend so... So ein seltsames... Oder ungewöhnliches... Ungewöhnliche Dinge gebraucht. So, jetzt haben wir uns nämlich den Weg in die Statue gebahnt. Ja, wie man sehen kann, es ist keine nur eine normale Statue. Es ist eine mechanische Statue. Mit Reden und so. Und hier ist eigentlich die Hauptsachen, die du hier machst. Eigentlich die Zahnräder an- und ausmachen. Genau, hier gibt's wieder neue Physik im Spiel. Du kannst eben zum Beispiel, wie Plexus sitzt und dann macht, eines von denen stoppen. Wenn du es anbindest, dann können sie sich nicht weiter bewegen. Solche Physik-Taggets mit dem Spiel. Und aus irgendeinem Grund gibt es in dieser Statue Dämonen und Doomslayer. Und einen Jinn, wie wir hier sehen und später auch uns holen werden. Das stimmt, Minze gibt's auch noch, ja. Ja, das stimmt, die ganzen Stat-Items. In dem Sinne gibt's auch Cookies. Die machen nämlich deine Psy-Energy besser. Oder du hast mehr Punkte, die du einsetzen kannst. Und ein Apfel. Ah, auch eine Beschwörung, Boreas. Beschwörung. Kann ich nur empfehlen, sich die anzugucken. Das Spiel selber spielt eine Beschwörung, sich alle anzugucken. Hm, hier diese Maus hat jetzt ein kurzes Tutorial gegeben, wie man sich auf diesen Zahnrädern auch fortbewegen kann. Ähm, wenn ihr da rechtzeitig hingeguckt habt. Man wird halt immer spielerisch darauf hingewiesen, was man als nächstes machen muss. Das finde ich so gut. Hm. Von, von den Djinns aus, von sowas wie Ratten, die dir zeigen, und so weiter und so fort. Hm. Ich spammt einfach nur immer Boreas, wenn er's hat. Weil das ist einfach... Ich glaube ich derzeit der stärkste Summon, den er hat. Jetzt ist aufpasst. Sonst hat er nur drei Djinns von den... von Erde, Feuer... Ähm... Ah, nicht sogar weniger, oder? Ja, hier hat man jetzt einfach die Säule runter gemacht, damit... Zahnrad sich wieder bewegt. Hm. Weil ja auch die Säulen, die daneben stehen, einfach die... Zahnräder ausmachen. Die müssen wir jetzt stoppen. Genau. Hier kommt dann eh auch gleich wieder der nächste Retreat. Trick. Einmal interessanterweise kann er hier oben herum gehen. Das ist nicht... nicht intended. Das ist aber glaube ich auch nur ein... eine Sache, die wir auch nur hier sehen, glaube ich. Ja, ich glaube das ist nur in dem... In dem Abschnitt, ja. So hat man das halt auch über... Übersprung... Hoch zu gehen, rüber zu gehen, wieder runter zu kommen. Dann ist es halt ein... I'm safe. Weil wir sowieso hierher kommen müssen. So, beide Säulen sind weg, und... Das Zahnrad geht runter, und die drehen sich alle in eine andere Richtung jetzt. Die meisten Beschwerungen sind halt extrem... Wie soll ich sagen... Übertrieben dargestellt. Aber ich finde es so klasse. Ach was, du findest es übertrieben, wenn ein Meteor zum Beispiel auf die Gegner einschlägt? Ja, natürlich. Oder wenn einfach ein... Sozusagen ein Mecher... Da haben wir auch mit Megiddo auch einen Meteor. Ja. Oder irgendwie so ein Mecher einfach einen Laserstrahl auf die Erde feuert, und dann einfach alles explodiert. Ja. Und wir können dann noch weiterhin in der Nähe herumstehen, als wäre nichts passiert. So, jetzt hoffen wir, dass Stihl kooperiert. Weil... Viele dieser... Diese Jinns, gegen die wir kämpfen müssen, die haben irgendwie so die Tendenz, dass sie manchmal fliehen. Einfach abhauen. Ja, hab ich schon auch schon erzählt. Ja, doppelt halt besser, ne? Sind ja neue dazugekommen, neue Leute. Ja. Und jetzt benutzen wir einfach die Galen seit Boreas. Immer wieder. Stärkster Angriff. Was ich auch vergessen hab zu sagen, wenn du jetzt eine Beschwörung benutzt, wie zum Beispiel eine Venus-Beschwörung, bzw. eine Jupiter-Beschwörung, dann wird das Element für den Charakter verstärkt. Das heißt, die nächsten Zauber des Elementes, bzw. die nächste Beschwörung des Elementes wird stärker. Ja, weil das sieht man eigentlich erst dann richtig bei den späteren Kämpfen, weil... Normalerweise sind die jetzt noch relativ kurz, weil... Normalerweise ein Summon killt die meisten Gegner hier. Weil später, wenn wir dann eben zu den Endbossen hinkommen, da... Die überleben natürlich ein... Oder mehrere dieser Summons, aber wenn du die dann verstärkst, dann ist man natürlich schneller unterwegs. Es ist halt, dass du nicht ganz ohne irgendwas dastehst, wenn du jetzt die ganz großen Verschwörungen machst. Du verlierst ja schon sehr viel Statuswerte. Ja. Weil du dadurch mehr Schaden machen kannst mit deinem Element... Hast du wenigstens etwas. Es ist halt Risiko. Es ist sehr, sehr Risiko, aber dafür hast du halt Belohnungen, mehr Schaden. Ja, das stimmt. Das darf man eigentlich gar nicht so unterschätzen. Wenn man das mal casual probiert hat, das Spiel, dann merkt man das dann relativ bald. Wenn man so einen Summon macht, dass man eben sehr viele Stats verliert, wie du schon gesagt hast, und dann setzt man sich da natürlich sehr der Gefahr aus, relativ... Also gegen einen Gegenschlag, dann mal schnell zu sterben. Achja, das Timeout von mir und da kommt Zef mit dem Bannhammer. Ja. 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 Ich muss mir das mal so mit dem Chat jetzt, dass das jetzt... Man merkt, man merkt, die Leute kommen nach Hause. Ach, wird das schon mehr? Wie viele haben wir denn schon? Oh ja, wow. Gute 5500 Zuschauern. Die Mods wollen sich auch austoben. Naja, wir wollen halt, dass unser Chat in Ordnung und Spaß macht. Wir wollen halt keine Leute hier drin haben, die... Ja, wie soll ich sagen? Herumtreuen. Genau. Willst du das? Es ist der längste Run dieses SGDQs, ja. Oh, wirklich? Wow. Und hier sieht man die Platten, die nach oben gehen. Man müsste sie eigentlich drehen, damit dann halt der Elektroschlag von der blauen zu roten Kugel geht. Mhm. Das entscheidet die Mechanismus, wie denn halt der Schamane halt, wie man hier sehen kann, annehmen muss zum Kopf, damit der Schamane halt, damit der Kopf halt aktiviert wird und auch das Geschenk annimmt. Mhm. Und jetzt will er Leute essen. Nein, das ist ohne Spaß. Es streckt halt seine Zunge raus und man kann auch da reingehen. Anstatt dass jemand sich da hingreift schnell. Aber nein. Nein. Ah, ähm. Zirf, ich wollte... Ich wollte... Man musste halt einfach abwarten, bis der Schamane wieder sein Zauber macht. Und die Platten, die er runtergehauen hat, das waren halt die einzigen, die er brauchte. Ja. Genau. Weil das ist auch ein bisschen ein fieses Rätsel, dass man wirklich nicht alles braucht. Hat mich Casual ein bisschen länger gedreht, bis ich das richtig verstanden habe. Ja. 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 Moment. Das hatte ich nämlich eh auch auf mein... Irgendwann Link. Kann ich auch gleich posten. Ja. Ich wollte halt eigentlich noch ein bisschen Spaß. Ich wollte halt noch sehen, was er als nächstes schreibt. Aber naja. Bann ist Bann. Ich brauche ihn noch ein bisschen, wie ich wieder finde. So, das ist jetzt der Link. Oh. Stopp Posting Links. Wups. Ja. Ach, bänd mich doch. Bullensons The Lost Age. Du hättest doch einfach sagen können, wie teuer das ist. Ach so, ging es nur um den Preis. Ach so. Genau. Ich hab mir gedacht, das ging ja rum. Ah, jetzt kann ich es wieder nicht schicken, weil es identischer ist zu einer Message. Stichwort 30 Sekunden geschickt hat. Danke Twitch. Ich muss noch ein bisschen warten, dann kann ich es posten. Ja, es kostet. Es müsste hier irgendwo stehen. Ich sehe. das ist aber lustig. Das sehe ich auf dem Link da nicht. Das steht nicht. Das ist interessant. Da muss ich wieder eins zurückgehen. jeder postet halt den Link. Äh. Jeweils. Da hat er aber jetzt Pech gehabt mit den Pixies. Ja, da hat er zum Glück nochmal geschafft, dass er zurück, ähm, abhauen konnte. Ja, Sabine, Seitenlage. Ich empfehle jeden. Ich empfehle jeden, das Spiel zu spielen. Das ist ein wunderschönes APG. Natürlich haut er ab. Natürlich die Jupiter-Gins, weil die ja Wind-Gins sind, haben meistens eine erhöhte Schnelligkeit. Und halt schneller als die anderen Gins. Das ist das wohl auch nicht. Wenn ich es für das Gerätاغter gehört habe, dann wird das Gerät burnen. Es gibt noch mehr. Es ist schon alles, was ich sehe. Das wäre eher glücklich. Naja, das wäre gut. Das wäre gut. Ja, das wäre gut. Und dann? Ich muss jetzt mal sagen, ich kann euch sagen. Das ist wirklich ein Hai. aber jetzt geht doch ja wie gesagt je mehr djins man hat desto mehr fähigkeiten hat man desto mehr status werte hat man manche kombination brauchst um weiter zu kommen wie zum beispiel diesen diese ranken diese ranken vergrößern ist halt eine fähigkeit wo du habe ich wasser wasser und erde djins brauchst damit dann die klasse zum druiden wird es gibt mehrere kombinationen natürlich auch erde und feuer es gibt erhalten die verschiedenen combos combo zauber das finde ich ganz gut doch hier hat er eigentlich fast noch ab auf der durchreise naja solange das m nicht weg ist ist alles in ordnung für fachs die erste die 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 Flash End. He punched uns. Ja, das ist eigentlich nicht wahr, wir sind einfach weg von Manipulation, aber egal. I do remember the dark days of early... Return to Madra! Habt ihr schon gesprochen, wann sie fliehen, wann sie... Ich meine, das war sie relativ basic. Was ich meine ist eigentlich nur, sie machen halt so Konkulationen, was ist es durchschnittlich besser. Wenn es durchschnittlich besser ist, einfach zu fliehen und statt zu kämpfen, dann fliehen sie normalerweise. Es kommt immer darauf an, was für eine Gegner man bekommt, ne? Genau, beziehungsweise ob man die Erfahrung braucht für gewisse Sachen. Aber Dominole-Pies ist oft so, wenn du die XP nicht brauchst, dass du einfach fließt und was schneller ist. Miljo, und das ist noch eines der RPGs, der noch recht kurz geht, also ich bitte dich. Warum nicht gleich einen 9- oder 12-Stunden-Run? Ja, bei solchen langen Runs gibt es eben dann auch oft so Cut-Scenes, wo du vielleicht... Zumindest wenn du einen Wireless-Controller oder so hast, eine Zeit lang weg kannst. Dann kannst du dich mal erfrischen. In den neuesten Spielen, RPGs sind ja meistens immer so Cut-Scenes dabei, die dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten gehen und so. Ja, weil man ja... Weil man heutzutage ja keine Spiele mehr verkauft, sondern Filme. Oder sagen wir mal so, spielbare Filme. Wir sind bei 23,5.000 Dollar für den Dullahan-Fight. Fast die Hälfte bald. Oh, hier haben wir noch einen weiteren Charakter, der relevant wird. Ja, hier wird auch öfters gesaved damit. Damit nichts schiefläuft. Aber selben darf man, aber kein selben Quid. Also um quasi die Marathon-Safety zu haben, wird Plex schon auch an gewissen Stellen sichern. Hat er vor Bricks gespeichert? Weißt du das? Ja, hat er. Ja, also das werden wir vermutlich das nächste Mal beim Serpent sehen. Vielleicht bei der Aqua Hydra? Na, kann ich mir fast nicht verstehen. Naja, es wird halt gesaved, damit man auch den Marathon den ganzen Run sieht. Wenn er halt jetzt fehlschlägt, ist das halt immer so ein bisschen problematisch. Weil man halt lange nicht gespeichert hat. Ja, besonders wenn es um sowas geht wie sechs Stunden. So, oh, zwei Stunden im Run. Ups, ich habe verloren. Wir sind wieder am Anfang. Vor einer Stunde. Oh ja, wir hätten alle gerne ein neues Golden Sun. Ja, Golden Sun wäre so schön. Ich meine, ich muss ehrlich gesagt geben, ich habe noch immer nicht das Dark Dawn gespielt. Aber ich würde mich schon auch sehr freuen, wenn die Geschichte zu Ende kommen würde. Naja, ich habe Dark Dawn auch nur ein bisschen gespielt, weil ich einfach... 3DS. Wenn es irgendwann mal einen Port gibt für die Switch oder so, dann spiele ich es, aber... Hier sieht man gerade... Hat man gerade Cast gesehen? Hm. Sie sieht halt sehr ähnlich aus wie die Antagonisten des ersten Spiels. Weil es die Schwester von der einen der Antagonisten ist. Hat jetzt gesagt... Wo ist Isaac und so weiter und so fort? Will Isaac töten? Weil sie halt ihre Schwester ermordet hat. Oder er ihre Schwester ermordet hat. Hm. Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ist es... Sogar nur... Oder hat sie eigentlich das Gerücht gehört? Cast, dass irgendwas passiert sein soll? Weil sie auch so lange weg sind. Saturos und Menadi. Die beiden aus dem ersten Teil. Und hier hat sie jetzt dann erfahren, wie sie die Gruppe trifft. Hey, Moment einmal. Ist dieses Gerücht wahr? Und kann nicht sein. Wie kann das passiert sein? Die sind doch so stark. Das kann nicht sein, dass sie besiegt worden sind. Ja, die müssen sie irgendwie stark hintergangen haben. Dass die beiden mächtigen Krieger da gefallen sind. Und will Rache üben. Ja, da war ein quick cutscene da. Das basically revealed that Jenna has a huge crush on Isaac. Und es hat sie in den Tomatoen für einen Moment. Aber Sheba gives her a ton of crap about it. Sheba ist sehr sad. She's a great character. Jenna and Sheba are just incredibly well-written as characters. So well done. Aber yeah. Sheba kind of spawns Jenna for a while. And she's like, yeah, we want to save Isaac, right? Right? No, Garrett. No, Isaac, right? Right? Hey, wir sehen unser Schiff. Unser Schiff ist wieder da. Seid ihr schon bereit fürs Seefahren? Eine Seefahrt, die ist was nicht? Eine Seefahrt, die ist schön. Aber zuerst müssen wir es noch mal, ja, reparieren. So nennt ich es mal so. Reparieren. Und man brauchte halt diesen Orb, den wir gerade bei Kabumba, also die Statue, bekommen haben. Ist halt sozusagen der Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Weil natürlich dieses Schiff halt magisch verschlossen war. Wie man sehen kann, diese Quallen, wenn man sie besiegt, werden sie einfach zu Pfützen, die wir dann zu Säulen machen können zum Springen. Und das ist halt sozusagen jetzt die Mechanik dieses Bootes. Also im Grunde sollte man hier, oder ist die Idee vom Spiel, ja, du sollst jetzt entscheiden, gegen welche Qualen du kämpfen musst, damit du in den nächsten Raum kommst. Aber jetzt macht auch schon Plexa ein Setup, um etwas schneller unterwegs zu sein. Ja, weil das mit den Säulen, mit den Steinsäulen, kann man, denke ich mal, auch mit Wassersäulen machen. Ja, genau. Also hier ist zwar die Wasserseile, aber er hat sich so nah annähern können, dass er sich da quasi rauf glitscht. Wer braucht schon die anderen hier, Tintenfische zu besiegen, wenn man nur einen braucht? Richtig, ja. Und wir sind ja auch alle Tierliebhaber. Natürlich, ich rette die Tiere, aber nur die wenigen. Oh ja, Veri, die wenigen. Nicht die wenigen, sondern die wenigen. Die wenigen. Bäh, nicht mit V. Und scheinbar geht aber diese, diese mit der Wassersäule, nur mit dem einen, den wir gesehen haben. Deswegen machen wir die jetzt gerade alle ganz normal. Ja, ich glaube, es hat mit der Richtung zu tun. Ja, ich glaube, es geht. Ja, ich glaube, es geht. So, hier nähern uns dann auch dem nächsten Boss. Hier, hier muss man den Kampf machen und die Säule machen, weil sonst wäre die Plattform runtergegangen, wenn wir raufgegangen wären. Hm. Ah, ist das schon der Raum mit der... Ja, das ist schon. Das ist jetzt die große Squid. Natürlich. Also known as Aquahydra. Es werden mehrere Tintenfische zusammen, sind eine Hydra. Die Strat ist eigentlich, glaube ich, heilen und Megiddo's raushauen. Oder so, oder hoffen, dass es viele Megiddo's Box gibt, dass du schneller im Fight fertig wirst. Wenn die Füder etwas anhebt, dann ist es hydraulisch. Indeed, indeed. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Geno wird raufgegangen, wir werden Pockney, die von Sheeva kommen, und dann ein Attack, und das sollte alles sein. Oh, hello, ein anderes Set. Ich habe gesagt, ich bin nicht der Ringo, ich bin der Ringo. Oh, natürlich. Okay, ja, sorry. Ja, das war mir, ich bin Philly. Disco Kill. Auch wieder mehr Erfahrung. Hier brauchen wir die Fähigkeit von den Wasser-Gins, dass du Regen machst. Sehr einfache Puzzles. Juhu, und wir stechen in See. Wie man ja halt... Hier hat man jetzt wieder, hey, man hat den Boot, oder das Fahrzeug, oder Flugzeug, wie in so vielen RPGs. Man kann ein bisschen von den Wegen abgehen, in Anführungsstrichen. Man will aber beim Fahren am Rand der Inseln bleiben, weil manchmal klipst du dich so ein bisschen am Rand in die Inseln rein. Das Spiel denkt, du wärst auf Land, aber weil du im Schiff bist, es gibt keine Landkämpfe im Schiff, sagt sich das Spiel dann, nee, kein Kampf. Der Fade, nicht nur du, nicht nur du. Ein wunderschönes Spiel. Wie willst du es haben? Bitch, come on, Nintendo. Da hat man gerade gesehen, was alles geöffnet worden ist durch das Boot. Da hättest du überall hingehen können. Ganz viel Wasser, aber ja, auch ein paar Gebiete. Aber die Route ist klar, ja, er möchte natürlich sehr schnell wie möglich unterwegs sein. Oh, er hat ein Kino-Pi-Pi unten, um fertig zu frosten. Das DS-Teil kenne ich, aber ich hab's nicht gespielt, nicht viel. Hier ist der Safety-Stretch. Wir hatten ja nicht genügend Punkte. Und da ist halt so ein Stern, um die Magie-Punkte wieder aufzufüllen. Für eine Person, glaube ich. Wie gesagt, würden die auch für Switch kommen, alle drei Teile, würde ich alle drei Teile spielen. Legend of Dragoon, wunderschönes Spiel, mit einer richtig geilen Kampfmechanik. Und guter Musik. Das Lustige an der Sache ist, ich kannte das Spiel auch nur, weil ich hab die Demo-CD gespielt. Mit dem Spiel drauf. Wenn ihr euch noch an Demo-CDs erinnern könnt. Oder mehrere Demos auf einer der CDs sind, auf unseren Zeitschriften. Play-Saison-Zeitschriften und so. Ja, voll, ich kann mich auch hören. Ja, das ist so. Da haben wir schon einige Spiele damals kennengelernt, ja. Und hier haben wir wieder Out-of-Bounce, vor dem Rückzugsgletsch. Ihr habt mal diese Fahrt, inbounds zu gehen, wir gehen gerne außerhalb. Naja, PC-Action ist es nicht, weil es ja eigentlich Playstation ist, ne. Meistens gewesen mit den Demotisten. Hm. Maniacke hat es verschiedenste Zeitschriften gegeben. Nein, das war auch, das war als Demo. Das war als Demo, äh. Also, The Legend of the Rune war als Demo auf dieser Demo-CD. Da konntest du halt zu einer bestimmten Stelle und dann war es halt zu Ende. Das habe ich mehrmals durchgespielt, weil ich das Spiel so mochte. Die Demo habe ich mehrmals durchgespielt. Ich wünsche dir, es gäbe immer noch sowas, so, dass man, ja, es gibt Demos, die man so holen kann, aber so richtige CDs mit mehreren Demo-Spielen drauf, um sich die mal anzugucken, ob man das Spiel mag oder nicht. Hm. Ähm, naja, gibt's nicht mehr so wirklich. Ich meine, es gibt jetzt dieses, äh, ich glaube, seit einem halben Jahr oder so immer wieder diese Steam-Demo-Dinger, aber es gibt es halt nur für PC. Wo sie, quasi, Spiele in Development, äh, hauptsächlich Demos präsentieren. Ich weiß nicht, Xbox Game Pass. Ja, du musst ja davon was sitzen, naja, von der Zeitschrift musst du auch was bezahlen, aber, äh. Heißt das nicht Xbox Game Pass? Hm. Ich weiß es nicht. Wir gehen hier nochmal runter, um den nächsten Venus-Gin zu bekommen. Weil, dann hat man vier Venus-Gins und kriegt den, äh, den stärksten Venus-Beschwörungen. Namentlich Judgment, oder auch, äh, auf Deutsch. Es ist auf Deutsch Gericht, das Gericht? Ich weiß es nicht. Das Gericht, auch das Gericht, das müsste das Gericht sein, genau. Oder die Beurteilung, Beurteilung, Gericht. Urteil, genau. Und, und, und das ist eine, riiiich-tiich-coole Beschwerung. Ich glaube eben, hier bei TLA sehen wir es gar nicht so oft. Schon ein paar Mal. Na, du siehst es, wir sehen es sowieso nicht, weil es geskippt wird, aber benutzen tun wir es. Aber wir verwenden es auch, glaube ich, gar nicht so oft, äh. Sobald wir dann Eclipse haben, macht er das fast nur noch mit Eclipse, oder? Äh. Ja, wir sind hier gerade auf dem TS3, warum? Ja, ja, ich weiß nicht, wie das Code funktioniert. Also, sicher, aber, äh, ich will immer, 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 immer. Ja, ich liebe Dr. Dorn, es ist ein fantastisches Video, aber hier ist eine wirklich wahre Entscheidung, und du wirst dich, wenn ich dir das sagen. Ein Game auf 110 Disket, das ist kaputt. Äh, ja. Ich mein, früher waren die Spiele halt auch kleiner, da haben wir nicht viele Disketten gebraucht Ja, das war halt die Sache mit den Disketten und so, eine kaputte, ja, toll Ah ja, übrigens, was wir jetzt so grob machen, ist, wir sammeln so gewisse Artefakte, um eine Waffe quasi zu schmieden, die wir später brauchen Das wird aber noch einige Zeit dauern, weil die Teile sind sehr verstreut und da müssen wir mehrere Dungeons machen, um alle zu bekommen Ja, und wir sammeln uns hier und da noch Djinns ein, ne? Genau, das auch noch, ne? Ah ja, stimmt, jetzt kommt da noch eine kleine Shopping-Session In Utsumo In Utsumo Hi Shopgirl Hi Shopgirl Wir prüsten uns mal wieder aus Wir wollen natürlich Das beste Equipment Haben Oder zumindest das Notwendigste, sagen wir mal so Ja, ein paar Synergie-Sterne, damit wir unsere In Anführungsstrichen Mana wieder auf Aufricht Erfrischen können Auffrischen können, genau Genau Man hat auch ein paar Ein paar Oder Equipment für Defense-Boosts quasi Gekauft Ja, einfach Um sicherer unterwegs zu sein Beziehungsweise Weil das Ein gewisser Minimum-Defense halt auch Das ist zwar Das schlechteste Step An und für sich Defense Aber Ja Wenn Wenn du mit einem Hit down gehst Wäre das halt auch Ja, wir haben halt Handschuhe Für Felix gekauft Und ne Ne Armreif Für Jenna Und für Shiba Also beide Dann muss er sich ganz besonders hinstellen Es ist auch so, dass Jedes Gebiet hat seine eigene Mana-Regeneration sozusagen Es ist nicht charakterabhängig oder Equipment-abhängig Es ist gebietsabhängig Wie viel Ähm Energie-Punkte Oder Mana-Punkte Wir regenerieren Das heißt, manche Gebiete, die haben eine schnelle Regeneration Und manche haben eine langsame Jetzt sind wir einfach mal rausgegangen Obwohl wir eigentlich drinnen waren Wegen unserem Rückzugsglitsch Wir gehen eine Art und Weise Dann gehen wir wieder zurück Dann gehen wir wieder zurück Dann gehen wir wieder zurück Es gibt viele zurück und wieder zurück Das ist ein sehr cooles Gip Das ist das ganze erste Spiel Das ist wo ich als Kind Ich wusste nicht, dass du zu der links oder rechts der drinnen Aber ich wusste nicht Ich wusste nicht, dass du so Ich wusste nicht, dass du so Ich wusste nicht, dass du dann Ja Die einzige Grund, dass das Retriebsglitsch funktioniert ist, dass der Mase mit Einfaches Kodern Das ist eigentlich quasi nur ganz normal Platforming-Section. Wie man hier sehen kann, ist aber nur Zerstörung. Man sieht aber einfach nur das Endergebnis. Ich kann Leuten, die sich wirklich dafür interessieren, einfach mal auf YouTube gehen und sich die Beschwörung angucken. Aber nach dem Run, bitte. Hier gehen wir hin und her, um wieder unsere Punkte aufzufüllen, unsere Magie-Punkte. Und probieren wieder uns auf die Säule zu gletschen. So, dass es wieder funktioniert hat. Man muss halt wirklich an der Kante sehen. Man muss richtig an der Kante und dann zu dir ziehen. Das Fiese kann sein, dass es manchmal, also, ja, Pixel-perfect, schön und gut, aber es ist, soweit ich das verstanden habe, sogar Sub-Pixel manchmal sind da relevant, ob der Trick hinhaut oder nicht. Das sieht man sogar nicht mal. Das ist nur intern, quasi Bewegungen, die du sehr, sehr schwer abschätzen kannst. So, hier hat sich das Dancing Idol sich geholt. Das wird es auch für den kommenden Part brauchen werden. Kreidex, wie du fragst du? Also, ja, wir sind auf den TS3. Ja, weil ich lernte TLA erst und ich wusste immer, dass es so war. Und dann ging ich zurück zu TBS oder Golden Sun 1 und ich dachte, oh, das ist so gut, dass ich Dinge tun kann. Ja, das ist verrückt, weil ich bin so an der TLA-Gin-Menü, und ich konnte es gut tun. Also, ich hatte einfach nur einen Retreat gemacht, dass es dann, dass ich schneller zu einem anderen Punkt zurückkomme. Das ist kein TS3 für die Öffentlichkeit. Wir haben aber noch einen Community-TS. Ach so, ja, das ist aber gleich etwas, ja, halt nur auf der Channel, wo wir drin sind, ist nicht offensichtlich, ja. Ja, okay, das ist ein Clever-Seb. Ich finde das gerade recht gut, was Kreidex auch erklärt hat im Hauptstream. Die, weil er eben von den Gegnern hier nicht wegläuft oder vor einigen, sie haben quasi die Level zwischen dem ersten Spiel und dem zweiten Spiel angepasst. Also, die Gegner, die im ersten Spiel quasi, wo er wegläuft, auch mit einem niedrigeren Level, bekämpft er hier, weil sie höhere Level einprogrammiert bekommen haben. Mehr Erfahrungspunkte. Die haben halt eine erhöhte Erfahrungspunkteanzahl, die wir bekommen. Und dann ist halt einfach das Weglaufen manchmal, weil wenn du drei, vier Runden brauchst, um weglaufen zu können, dann ist es einfach schneller, du machst den Hund einfach platt. Also, wir sollten probably talk about the boss coming up, weil es ein paar Sachen wir tun haben, um zu vorbereiten für den Boss-Fight. Der nächste Boss-Fight ist der Serpent. Der Serpent ist unglaublich, und sehr, 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 sehr. However, er kann sein, aber er kann sein, dass er vier Licht, dass du aktivierst, um ihn zu wegläuft, um ihn zu wegläuft. Und, you know, doing the Fortalight does take an extra bit of time, but it's still just much better, to do that Fortalight for this, because the Fortalight makes a massive difference in how powerful he is. First off, it takes off an extra turn, that Serpent does. It reduces his healing to, like, fair minimal... Hier benutzen wir halt immer wieder den Dancing Idol, damit die Statuen... Und hier kann man schon sehen, ein lebendiger Drache. Mhm. Genau, also über diese... Also, mit dem Dancing Idol verschiebt er diese... Ja, Statuen, diese... Diese... Lokaden, und dann kommt das Licht durch. Und das hat einen Effekt auf den Drachen. Im Endeffekt wird er dadurch... Ich glaube, das können wir ja jetzt schon sagen, ohne zu sein. Er wird halt einfach... Das ist schwächer, dass wir ihn auch einfacher besiegen können. Ich weiß gar nicht, wie... Der volle Stärke Drache, der ist ja... Puh... Wer zu besiegen. Ja, aber man macht ihn halt immer schwächer, ne? Ja. Ja, aber hier sieht man halt... Manche Wege haben halt so'n... So'n so'n komischen... Gesicht, was einen einfach runterschubst. Also, das ist jetzt das... Vierte Licht. Wie der Drache einfach weiter in seinem Wasser trinkt. Ich hab, glaub ich, den Drachen, als ich gespielt hab, ohne Licht gespürt gemacht. Weil ich nicht wusste, bewegen den Dancing Idol. Das muss ja sehr schwierig gewesen sein. War ein schönes Grandfest. Und du hast da halt so'n Weg, wie ein Zelda im Wald. Dass du halt nur einen bestimmten Weg gehen kannst. Wenn du den falschen Weg gehst, ähm... Wird einfach zurückgesetzt. Der Raum. Und muss dann wieder von Anfang an losrennen. Ah, hier setzt du schon die Jeans. Und fight. Oder nein. Ah, das ist jetzt nur ein Reset für die... Weil du seinen Kontor kriegst. Wo ist denn noch nichts? So ganz... Und Sago hat die Spieler auch. Auch nicht schlecht. Das ist doch schön. Rausholen und spielen. Jetzt. Sofort. Nein, nach dem Run. Nach dem Run. Dieser Typ versucht, den Drachen zu besiegen, aber... Ja, ähm... Er ist damit nicht so ganz erfolgreich. Ja, jetzt machen wir es halt so, dass wir ein paar Beschwörungen von Anfang an raushauen können. Und dann, ähm... Und das sollte genug zu füllen. Ja, ja, sogar in seinem wütenden Staten, mit vier Lichter, ist er noch ziemlich schwierig. Ah ja, da ist es safe. Safety safe. Der Drache kann schon auch gemein sein, auch wenn er geschwächt ist. Also, weil ich weiß, ist hier die Taktik ja eigentlich auch nur, ähm... Was hier ganz gut... Was hier halt auch sehr lustig ist in dem Spiel ist, du kannst Beschwörung schon beschwören, obwohl du noch nicht alle Djinns ready hattest. Aber wenn ein Charakter vor dir rankommt und den Djin, den du brauchst, benutzt, kannst du dann trotzdem die Beschwörung machen. Ja, das macht eben so einiges möglich, was man vielleicht... Oder wo man eigentlich ziemlich sicher nicht draufkommt, wenn man das das erste Mal spielt. Also, so denkt man, ja, okay, ich musste ja zuerst, äh, beschwören, oder zuerst den Effekt beschwören, und dann kann ich erst zusammen... ...wann man Attacke machen. Aber, ähm... Das geht eigentlich sogar schon in derselben Runde. Das ist... Das ist eigentlich super interessant und... ...super optimal natürlich für den Speedrun. Ah ja, das, äh... Dieser Drache war nicht nett, hat Jenna gefiltert. Der erste Down, der erste Down im Spiel. So, wir schauen, wie hat noch mehr passiert. Wahrscheinlich wird er sich jetzt... Ja, er hat sich entschieden, ähm, sie wiederzubeleben. Er opfert damit quasi eine Runde, aber es ist auch nichts... Es ist nicht wirklich safe anders. Wie man hier sehen kann, wenn er die beschwört, sieht man immer die Statuswerte runtergehen. Hallo Drifter, schön, dass du da bist. Oh, maybe it won't kill anymore. Oh, I need Megiddo, and I think... ...another Megiddo would help, for sure. Atalanta, Flea, do something good. Normally won't fuck me, but Jenna, I'm gonna leave for a turn. Oh, yeah. Hm. Oh, I think... Borea is still off. Did I... No, I did a... ...did a skilly thing. Okay, that's fine. You killed him still, I think, did you? Oh, did I? Okay, I bought a pilot of that. That's fine. Alright, Borea is still off. Ah, ja, und da geht er da an. Yeah, there it is. Okay, it's there it is. Ah, ich denke nicht drüber nach, aber wir haben ja ein bisschen Delay. Das habe ich ja gespoilert. Also, Drifter, du fragst, wo Plexa herkommt, schätze ich mal. Er kommt aus Neuseeland. Wollte kurz nachgucken. Heh. You know, the truth of a certain situation. Every single rock have a unique ability for the character align to that element. So, for Felix, we learn the sand ability. If you use sand in that room, you'll kind of know about the fact that there is actually a weapon in there called the cloud grant, Hinter dem Drachen hätte man noch eine Waffe holen können, aber das ist immer so, kann der Runner sich entscheiden, ob er die haben möchte oder nicht Was ist das für eine Waffe? Naja, wir möchten aber nicht gerne das Bild sehen, ohne dass die Person ihre Einwilligung hat Macht man sonst, macht man nicht Einfach Bilder von anderen Leuten schicken Das war Sympotisch Wie auch immer, Flexer hat einen Doppelgänger MIKIRO Eigentlich sagt man, jedes Mal, wenn Megiddo kommt, gleich schreien Ne, lass mal Gleich feiern Megiddo Auch wenn es komplett langsam ist, weil oft oder viele Gegner betrifft oder killt auch mit einem Schlag Und das ist die Fähigkeit, die wir gerade bekommen haben vom Drachen Sand Ability Fähigkeit Dass man sich einfach als Sand machen kann und dann unter Stein durch und so weiter und so fort Gehen kann Würde ich auch gerne können Ja, du hast es ja auch falsch geschrieben, Troipoer, das musst du mit Großbuchstaben schreiben Heißka Diddy Jetzt holen wir uns wieder ein paar Djinns, damit wir mehr Beschwörungen, mehr Statuswerte, mehr Fähigkeiten haben Mehr Power Mehr Power Mehr Power Oh ja, das stimmt Johannes, das wäre geil Wer weiß, man kann ja noch hoffen Sind ja erst 20 Jahre seit dem ersten Teil vergangen Und ich glaub Dark Dawn ist vor 10 oder 11 Jahren rausgekommen Also der dritte Teil Aber wieder die kurze Shopping Session Ja, wie man halt gerade gesehen hat Von 20 Angriff auf 98 hoch Und er hat sich auch Ich glaube da auch ein Water of Life geholt, wenn ich das richtig gesehen habe Weil eben eins beim Drachen Verwendet hat Oder glaube ich zumindest Verwendet hat Also Water of Life sind einfach die Revival Genau, die Wiederbelebungsgegenstände Ist natürlich Recht praktisch Das ist hier dann der Aquarock Also wir haben bisher gehabt Ers Rock Dyer Rock Das ist der Aquarock Ganz viele Rocks Ja, das Spiel rockt Ach, die schlechten Punts Ich hoffe, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht die Waschmaschine bei mir durch Was ich halt extrem gut finde In GDQs Ist einfach Man findet halt einfach Spiele Ja, wo man sich denkt Hey Möchte man auch mal spielen Dann holt man sich die Spiele Und man ist glücklich Voll, ja Das ist Echt gute Werbung Für viele Spiele Einfach mal reinschauen Eine Woche lang Speedruns genießen Und findet man mit einem anderen Ja, Geoguessler als Speedrun Ich hoffe, das gibt's nicht Doch Kommt doch hier nach Oh Gott Kommt genau hier nach Oh mein Gott Perfekt-Score-Prozent Da bin ich aber gespannt Manipulieren die das? Oder kennen die einfach die Welt so gut? Ich denke mal, die haben schon ganz schnell viel Geoguessler gespielt Und kennen die ganzen Gebiete Die kennen jeden Millimeter der Erde Naja Gibt es da nicht feste Spiele denn? Oder ist da wirklich überall? Ich glaube nicht, dass es irgendwie Kongo oder sowas gibt Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher Weil es gibt ja mehrere solche Spiele Ich weiß gar nicht, welches das Geoguessler Wie der das macht Äh, ist das das, wo du nur ein Bild bekommst? Oder ist das Ich kenne das ja auch mit Wo du quasi auf eine Straße gestellt wirst Und du darfst dich noch etwas hin und her bewegen Um herauszufinden, wo du bist Ich kannte Geoguessler seit sehr kurz noch nicht mal Man, ist mal lustig für eine Session, aber Dann hat es bei mir irgendwie aufgehört Aber vielleicht Es gibt ja jetzt schon Geoguessler Battle Royale Alter Schwede Battle Royale Ja, da musst du dann gegen 10 Leute Oder so Und dann Oder gegen mehrere Leute Und die Immer ein bisschen weniger Leute Die am nächsten Rande sind Kommt weiter An dem Ziel Jeder hat dasselbe Ziel Cool James erklärt das gerade recht gut Mit Google Maps unterschiedliche Modi Okay Steht aber wirklich nur da Perfect Score PC Ja, wird nur vielleicht mehr erfahren Was für einen Modi sie verwenden Wie lange das Spiel dauert Normal Das ist Die Sache ist die Kommt drauf an, wie viele optionale Sachen du machst Wenn du halt wirklich nur Story durch haust Dann natürlich so 30 Stunden, 40 Stunden Ja Kommt immer drauf an, wie gut du bist Aber wenn du wirklich nebenbei die ganzen optionalen Sachen machen kannst Dann kannst du da hier plus, plus minus Ich würde sagen Ich würde sagen Zu groß Ja, richtig Deswegen haben sie zwei Spiele draus gemacht Gab's ja früher so viele Spiele, die zu groß waren Und dann wurden einfach zwei Spiele draus gemacht Das finde ich aber auch immer gut, wenn sowas passiert Oder in den meisten Fällen gut, wenn sowas passiert ist Gibt es natürlich auch Enttäuschungen, aber Du hast du Also so ist es auch wirklich nicht Ich meine, es ist ein bisschen schwierig von der Story her Weil eigentlich wäre das da eben gedacht gewesen, in einem erzählt zu werden Aber ich finde, das haben sie trotzdem einfach gut gelöst In den meisten Punkten Die alten RPGs mit ihren Super Secret Endbossen sind immer so gut gewesen Wir sind die Hälfte, wir haben die Hälfte angelangt Wir sind jetzt bei 26.000 von 50.000 Für den Dullahaden Fight Der Secret Boss in diesem Spiel Wir würden ihn gerne noch sehen Ja, der ist echt sick Also wer gedacht hat Also wer den ersten Teil kennt Und Blackbeard Und gedacht hat, der ist schwer Der hat noch nicht Dullahan erlebt Sie fühlt Uff Doppelt, dreimal, so schwer Ich weiß es nicht Also Casual Da habe ich schon ordentlich viele Level gebraucht Und Geduld und Bis das irgendwann schaffbar war We can definitely do that Keep your donations coming in to Dullahan Tree Danke, danke Und wir danken auch alle unsere Zuschauer Die uns dabei unterstützen Weil das ist Das ist halt Ein bisschen Arbeit, sagen wir es mal so Ein bisschen Arbeit Weil wir einfach wollen, dass Leute Dass wir mehr Speedrunner bekommen Dass Leute sich die Runs angucken Und sich denken Hey, sieht cool aus Mach ich hier auch Weil je mehr Speedrunner wir haben Beste besser Hier klippen wir wieder hoch Weil Eine große Community zu haben Und ich habe es nicht getroffen Nein, ich habe es 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 Wir müssen schon puzzles machen Wenn man sich hochklippen kann Richtig Und der zweite down Ich habe es gesagt, ich habe es zu veröffentlichen für den besten GBA-GAME aller Zeiten. Ich bin so froh, dass du in GDQ dieses Jahr gesehen hast. Wir bleiben diese Veröffentlichungen, um die Dollarhand-Fight. Ich glaube, es ist möglich, dass wir nur halb der Gin haben, aber ich möchte Lexa zu beurteilen, mich zu verabschieden. Wir haben alle, wir wollen Lexa zu beurteilen, und ihr könnt alle helfen. Wir haben 25 Dollar von SupnitzCarrie, die gesagt, ich habe es zu veröffentlichen, während meine Lieblingsserie-Serie, Golden Sun. Ich kann nicht glauben, dass es 20 Jahre schon seit dieser Serie angefangen hat. Ich weiß, dass wir alle lieben, dass die Golden Sun wieder mit einem 4. GAME erheben, aber eine GDQ-Runde ist fast so gut. Ich hoffe, dass wir heute Dullahan sehen können. Ich kann fast diesen Mann auf meinem besten Tag beten, und ich weiß, Plexa ist ein bisschen zu verabschieden. Die spucken uns einfach mit Wasser an. Wir haben hier eine 100 Dollar-Dollar-Donation von Rosalina, die sagt, ich bin so glücklich, dass sie den GDQ-Event zu haben, und die losten GDQ-Event, besonders für den 20. Anniversary. Go-Plexa! Der Party ist jetzt leider nicht wirklich spannend, oder ein großer Teil, weil er einfach nur den Dungeon regulär machen muss. Ich mache halt gerade sehr regulär, weil es kann man halt nicht viel machen, ne? Also keine Säulen da. Ja, genau, und die Retreat-Ditches funktionieren auch nicht so, wie man es braucht. In manchen Stellen geht's, in manchen Stellen nicht, ne? Das kommt immer darauf an, wie der erste Raum aufgebaut ist. Genau, ja. Und ich glaube, im ersten Raum, bei dem gibt's ja gar nicht nur das Exit und eine Tür rein, also da ist eigentlich nicht sehr viel, was man ausnutzen könnte. Also, TriHP, ich hab hier so, so ein Dokument, wo ich ein bisschen durchgelesen habe, ja? Bisschen Großes. Hab ich hier und da Sachen durchgelesen. Damit ich's auch am, so gut wie möglich erklären kann. Du hast das Übersetzen, das ist immer manchmal schwierig. Ja, richtig, ja. Ja, ähm, Plexa hat da mal ein, ein, ein relativ langes Dokument, Guide geschrieben, und da kann man auch den Speedrun quasi nachspielen, wenn man das möchte. Äh, wenn man das das erste Mal macht, dann wird das halt relativ lange dauern. Ja, Plexa, eine sehr schöne Reihe. Ja, wir wollen ja auch vernünftig die Spiele präsentieren, ne? Wollen ja nicht... Wir könnten ja auch einfach sooo blöde Sachen rumreden, aber warum? Ja, also ich hab's persönlich schon lange nicht mehr gespielt, also... Und das DLA jetzt, diesen Teil hier nicht. Aber ich hab sehr viele Streams schon davon gesehen vom Speedrun. Dann kann ich ein bisschen, äh, erklären, was da passiert. Oh nein, der Streams... Der Streams-Spotter-Reviews. Wie man den Dungeon macht, oh nein. Hilfe! Weil keine Glitches kommen. Wo sind die Glitches? Wir brauchen mehr Glitches. Mehr Glitches! Ach, hier ist so ein großer, äh, großer Statue von Synergie Stein. Sonst hattest du ja immer nur einen einzelnen kleinen Synergie Stein, der da halt weg ist, nachdem du's benutzt hast. Aber den kannst du immer wieder benutzen. Itemet! Power! Und du darfst halt den Raum nicht verlassen. Hm. Dullahan Fight! Und wir haben eine 50 Dollar Donation von Stacy kommt und sagt, all die Sealedpuppe sind für dich, Plexa. So, jetzt hat das aber bald ein Ende. Und dann, finally, right now... So, da... So, da... Die Belohnung für den Dungeon. Oh, nein, ich hab gesagt, finally, okay, noch, finally! 75 Dollar Donation von Little Haster, sing Dullahan Fight! Golden Sun Games were a favorite of mine als ein Kind. Die Summons waren so eine coole Mechanik. Den Steinen, den wir da hingesetzt haben, den haben wir vor, vor, glaube ich, so 30 oder 40 Minuten geholt. Hier haben wir uns jetzt die Beschwörung Aquarius. Auch eine wunderschöne Beschwörung. Und diese Versuche gleich einsetzen. Golden Sun is one of my favorite RPGs of all time. Man kriegt... Man kriegt... ...Aquarius und eine Fähigkeit. Genau. So war das. Ich kriege eine Beschwörung und die Fähigkeit, jetzt das Wasser wegzumachen. Ach, MacMex. Ich fand nicht nur den Dungeon richtig schwierig. Jeder Dungeon hat ja... Schöne, Koster. Ja, okay. Das ist die... Ich bin nicht so gut, das ist die Sachen. Ich liebte es, dass ich es, ich habe, die MP3-File für die Soundtrack. Ich habe es in meinem MP3-Player in der Zeit, das war großartig. Ich liebe die Soundtrack. Und die Antwort war großartig. Aber die Speedrunner hat nichts zu tun. Aber, fortunately, das ist die Werk, das ist behind uns jetzt. Jetzt müssen wir einen bestimmten Gegenstand sammeln, der aber leider auch in mehrere Teile verteilt ist. Ja, wie der gesagt, ja schön am Rand der Insel, damit weniger Encounter kommen. Deswegen immer wenn er an der Insel in der Nähe ist, ist er halt so nah wie möglich dran, wenn er da lang fahren muss. Oh ja, 3 PHP. Dungeon Keeper ist auch ein echt neises Spiel, auch wenn es nicht wirklich viel mit Golden Sun gemeinsam hat. Ja. 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 So, hier will er die Dinosaurier ausrotten. Nee, nicht noch mehr! Die gefährdeten Spezies, das ist schon gemein Ich darf einigern, bei mir waren das meistens Heroes of Might and Magic 3 mit Kollegen zu dritt Oh yeah In einem PC Wir müssen halt jetzt den Reizhack wieder zusammenstellen, damit wir zu Poseidon können Der lange und schwere Weg in der Tundra Tornado, Tornado is stronger than Stormray, but uses more CP than Stormray So I'm gonna use Tornado when I need to, which is usually on the Dynast fight, but otherwise I'll try to avoid it Welcome to Tundaria Tower, catch in Oh yeah The Tundaria Tower Yeah, that was Parch, and it's the only time we use it in the Dungeon, but that's fine The only time we use it in a speedrun even Yeah, we use it to get out of Aquarock If you have the name and terribly spelled it's a little bit of a dungeon This is the only time I wish I had a clan branch, but oh well I wish we always had it, it's just too cool and unleashed dude Yeah, and everything is just in the name In the name, to also to Jupiter To get out of the Moon The Moon has got a very fascinating property, but it'll happen just a bit We got a few fights to get through first Including a Ginny fight, which is... Oh, these girls Oh right, and someone hasn't read the book I've read the book I have read the book I wrote 100 times here Here, these wonderful jump rules If you played this game once, you can probably pick up the game Which somehow in every game, in which they are in the game, people just hate them Because it's already 100,000 times I've lived again and I did it because no one runs this game and I really should Oh yeah, the bottom is gone Oh yeah, under the resources tab on Goldenstone As someone who has actually read the entire book, I can actually have it, but it is a really good guide So, then we have a bit of a shot, the Gin Unfortunately, we have to be the bad strat here Because he looks like level 19 Which is a bit bad, but... Oh, I've seen that Unfortunately, we are a bit under level That's why I have to use another strat Sonst hat er Immerhin was anderes Be... ...gemacht Mhm Meinst du grins? 1.3 Ich hab mir das letztens geholt Weil, wieso nicht? 10, 15 second from a figure out in the menu That's gonna be better than doing the old 4 kill If you know something works, then you might as well crack it out If you're not sure on a faster method Um... 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 Genau, es dauert auch nicht mehr so lang Ah ja, da ist ja ich schon ganz oben Da haben wir jetzt ein Stück vom Dreizack Das ist die Trident PC, du hast es nicht? Ich muss raus, jup, schönes Spiel, schönes Spiel So, jetzt gehen wir hier runter Und In den Gin Das war ja nicht möglich, aber er hat ja noch dazwischen geheilt, aber jetzt wird er schon ein bisschen verheilen Aha, doch Was Neues Wir haben doch normalerweise noch die Hände in den F-Warp, dann nach dem Gin Immer doch, Twitch-Paket, immer doch Eine Maggi-Werbung Ja, dann freut mich ja, dass du das bekommen hast, den Sub Natürlich, man will sterben und bekommt nur einen Gegner Und irgendwie fiesen Hier kann er ein bisschen im Kreis herumrennen Dann macht er diese Fake-Judgments, also er hat die Gin dafür nicht, um die durchzuführen, aber es ist halt quasi der Messe-Methode ohne irgendwelche Animations zu triggern Und ohne einfach Verteidigung zu drücken, weil Verteidigung würde man ja weniger Schaden nie kriegen Richtig, genau Und jetzt ist er plötzlich Ja, da ist die letzte Stelle, wo wir Das war glaube ich der letzte Schreiner, wo wir hingegangen sind Oder Kirche oder was das ist, ne Man geht auch immer dahin, wo man als letztes Genau, der letzte Ort mit einer Mit einem Schrein Wo du deine Leute wiederbeleben kannst Gehen wir halt zum Weg zum nächsten Teil von Drei Zacken Und Alhafra Genau, jetzt kommt doch mal eine Boatfixing Session Nicht unser Boot, aber ein anderes Boot Wir holen den Boatfixen Und dann wird Briggs escape Fun Fakt, das Boot ist eigentlich der Bautfixen Das Boot ist eigentlich der Bautfixen Das ist wirklich cool, nice tie-in da Aber Briggsfixen Und dann gibt es Schrein Aber Halt-Heartig Ja Ich liebe die Musik in Ancol Ruins. Das ist deshalb, wie ich schon erwähnt habe, dass du sehr, sehr bewusst hast, dass wenn du erst bei Briggs kämpfst, du kannst du mit dem Boot fixieren. Du kannst ein paar Sachen machen, aber das ist eine Sache, du kannst nicht machen. Du hast nicht einen Berst. Und für einen Fall, du musst einfach sein, dass du den Marsch auf dem Boot ist ein Kropp, und du kannst wirklich einen Berst. Es dauert mir eine lange Zeit, nicht zu lieben. Same. Ja, ich denke, ich denke, es ist Zeit, dass wir die Donation bekommen haben. Ich werde einfach den Boot fixieren, und während ich den Boot fixieren kann, dann kann ich den Dullahan gehen. Danke sehr. Quick update auf den Dullahan Total. Wir sind jetzt bei 20,391 Dollar. Wir sind definitiv da für Dullahan. Du hast du einen Rund 2 Uhr zu gehen. Ich glaube, dass wir das Boot machen können. Oh nein! Wir sind jetzt 30 Minuten hinterher. 30 Minuten hinterher. Oh nein! Oh nein! Time to fix the boat. 25 Dollar Donation von einem Windex, das sagt, praise the sun, praise the golden sun! Das wird viel effizienter, wenn man Magie benutzen kann. Das hätte ich auch gern. Und wir haben eine 50 Dollar Donation von Epidel, der erforscht halt so viel. Naja, da merkt man aber auch, dass dann halt einfach die Spiele eigentlich zusammen gehören. Und dann haben wir eine 100 Dollar Donation von Isaac und Matthew, die sagen, ich bin so glücklich, dass wir Golden Sun in GDQ bekommen haben. Ich hoffe, dass es das beste Game Boy, ich hoffe, dass es das beste Game Boy RPG, das beste Game Boy RPG, ein Schluss für ihre Geschichte. Ich denke, dass sie wollen einen 4. Ich denke, wir alle wollen einen 4. Ich denke, wir wollen einen 4. Wir wollen einen 4. Wir wollen einen 4. 10 Dollar Donation von Fate Guardian. Haha! Ich glaube auch, der Name von ihm fällt mir ein. Vielleicht finde ich das gleich raus So jetzt haben wir erstmal ein bisschen geholfen Das Schiff zu reparieren Beziehungsweise ganze Müll und so weg Weil Je schneller das repariert ist Je schneller kommt The Lost Dawn Weil das wohl das Schiff ist Was du in The Lost Dawn benutzt Das was du jetzt geholfen hast Zu reparieren Beziehungsweise Beim sauber machen geholfen Ah, ich hab's kurz rausgekommen Das ist Argyk Ein Schotter Das ist auch der markante Die markante Stimme Der Akzent So hier sind wir noch in Cutscene time Wo wir in einiger Zeit noch Viel mehr Cutscenes Dann becommen No one likes The actual villain He is the actual villain When I was talking about the attention to details I mean, the fact that they tell that story Through our actions Is very, very clear And it's, yeah We don't like this guy We like the pirates Not this guy Anyway, sorry I'll continue No, no worries Keiner mag das Staatsoberhaupt hier Weil er wohl Hier Jenna nett fand Bloß Jenna ist noch nicht mal Es ist glaube ich 17 in der Story Und ja Da waren alle ein bisschen sauer drüber Wenn ihr versteht, was ich meine Ja Und die Halt Genau, das ist was Slicks gesagt Genau, das ist was Slicks gesagt Oh, eben grad hat Pixie 1 und Pixie 2 2 Donations Kam rein Nice 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 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 6 So, ein Puzzleteil fehlt uns noch für den 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 14 15 14 15 15 15 16 17 20 21 21 21 Das ist alles ganz normal mit den Dungeon machen Ich bin sicher, bis später kommt schon ein Skip So, ich bin eben groß im Ganzen Also so ein bisschen Hier ein kleines Skip gibt es ja immer Naja, stimmt, später gibt es einen Skip, wo du einen ziemlich großen Part vom Dungeon eigentlich skippst In dem du deinen Trick irgendwie im Sand Also du schiebst glaube ich einen Boulder weg, den du nicht schieben solltest oder können solltest Was wir ja schon hier gelernt haben, was wir nicht können sollten Und was wir können Das ist was anderes Genau Überlappen sich ein bisschen Das ist ein sehr, 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 sehr Was halt sehr lustig ist, ist, dass unser Unser Nicht Mars, nicht Venus Hier bitte Unser Merkur Der Merkur-Charakter ist der einzige Merkur-Charakter, der physisch ist Dann sind eigentlich Merkur-Charakter recht Heilung und ein bisschen mehr auf Zaubern gelegt Aber bloß erste Von der Story her wurde der erste Krieger, der Merkur-Adept ist Er schwingt halt gern mit seiner Axt oder in dem Fall mit seiner Keule Mit der Keule Mit der Keule Streitbäumen Oh, das Seed-System Wie ist das? Wie wieder? Ne, ist eine Frage an das Seed-System Wegen Ease-9 Ich wollte fragen, wie gut das ist Das ist der Skip, was ich gemeint habe? Naja Das ist halt einfach immer so eine kleinen Skipse jetzt immer wieder Dann helfen Eigentlich einen großen Teil des Dungeons zu überbrücken Der kleine Skip, den wir hier gemacht haben Das ist sozusagen die Hälfte Die Hälfte des Dungeons Ich möchte halt vielleicht nicht jeder chatten, sondern auch einfach nur zuhören Es ist das und zweitens Host werden mit angezählt Jetzt ist es bald so weit Jetzt kriegt er dann den Prong Den befehlenden Teil vom Trident Ich denke, die Hälfte des Dungeons zu überbrücken Ich denke, die Hälfte des Dungeons zu überbrücken Ich denke, die Hälfte des Dungeons zu überbrücken für die cube bisher und unsere commentaries manchmal halt nicht ganz so professionell aber wir geben unser bestes so das ist wieder eine etwas längere cutscene wo wir äh alex haben wir schon im intro gesehen äh genau cast haben wir schon vorher bei einer cutscene gehabt und äh agatheo agatheo auf englisch heißt agathe ich weiß jetzt gar nicht wie falsch heißt ähm den glaube ich lernen wir hier zum ersten mal kennen ja den sehen wir als der sidekick schlechthin weil ehrlich gesagt er hat auch nicht sonderlich viel persönlichheit ist einfach der der mann mit den muskeln draufhauen der sidekick von cast der schwester von menadi der eine der antagonisten vom ersten teil cast motivation kann man so echt schön nachvollziehen ja die ist halt echt weil da die die weil ihre schwester eben oder generell weil die beiden wie heißen sie ist das volk noch mal ähm ähm ja das heißt man muss halt verstehen die meisten games die halt so gut sind die kommen halt immer blöd für uns weil das die perfekte zeit ist in amerika das problem an der sache es ist immer noch ein amerikanischer basierender marathon wir machen es ja bei wenn wir einen marathon machen ja genauso die guten streams immer schön um 18 17 18 19 uhr ja 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 in ja 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 Wir gehen dann noch ein bisschen die Story mit X weiter, oder? Wird zu Ende geführt, sagen wir mal es noch. Ja, Briggs hat uns gesehen und hört ab. Ja, ihr Feigling. Wer sich an die Spits erinnert, oder vom ersten Spiel erinnert, die sind ja auch in... Oh, wir haben das noch mal geheißen. Lumpa? Und Lumpa hat das geheißen, diese Vampitenstadt. Da gibt es auch einen Dungeon, wo man dann infiltrieren kann. Das ist dem selben Sprite für diesen Dungeon weiterverwendet. Und hier speichert er nochmal, weil es nochmal ein Bossfight gibt. Er kooperiert normalerweise, sag ich mal so, der Boss hier. Aber ich glaube, er hat eine Fähigkeit, die stannen kann. Deswegen ist es halt doch sicherer, wenn man zumindest ein Backup hat. Aber es passiert genug, dass es wert ist, wenn wir es nicht bekommen. Wir brauchen die Damage, und es gibt keinen besseren Weg, um es zu tun. Ja, das ist nicht... Ja, das ist nicht... Es 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 ist ein Schliff. Okay. Cool. Genau, genau. Um die Sleep zu triggern. Ja... Muscle Memory hat nicht drauf geachtet. Wenn wir vielleicht ein Problem haben. Wenn es auf niemandem funktioniert, dann sind wir okay. Ja... Natürlich, der Kampf ist halt spurschneller und sicherer, wenn du es schaffst, ihn einzuschläfern. Ja... Aber... Funktioniert auch nicht. Das sollte auch schon die letzte Runde sein, von dem Fight. Ja... Eigentlich mehr oder weniger dasselbe, wie wir auch beim Drachen gehabt haben. Die großen Damage-Dealer sind Voreas und Judgements. Und dazwischen gibt es halt auch noch ein paar... Genusages... Wow, wir sind jetzt schon bei 37.000. Uff, da hat aber jemand sehr viel Reich reingegeben. In den letzten paar Minuten. Ja, die Chance ist noch da. Ja, nur ein wenig durchhalten, Rizal. Es kommt... Wir haben zwar jetzt auch wieder eine Karte, die etwas länger dauert, aber es kommt in... 10 bis 15 Minuten. Ähm... Ein relativ langer Part in Lemuria. Ja... Ja... Da könnte man gut Pause machen. Könnte man ein kurzes Nickerchen machen. Hallo, Sumuko. Du bist nicht der Erste, der das gesagt hat. Aber bestimmt auch nicht der Letzte. Ja... 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 Da kommen sie sicher noch rein. Ja... Der Run ist noch lang. Ja... 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 So... Da gehts mal um 5 Minuten. Die Meinung ist, dass er nicht wirklich schmiedet, welche Tremelkante sie zu ihr, sondern er könnte drei Leitkante geben. Also wenn wir die Tremelkante duplikieren können, dann können wir nur drei andere Tremelkante geben und es wird wahrscheinlich Sand. Das wäre unglaublich. Wenn es zukommt, dass das Dullahan Incentive durchkommt, dann wird das nach dem Run passieren. Sagen wir mal so, in dem Discord, in dem Runner Discord ist so, die Leute mögen GS3 nicht so viel wie die ersten beiden Teile, aber es ist halt ein Spiel von der Golden Sunrayer und hassen es halt, das gibt es nicht. Es ist halt nicht so gut wie die anderen beiden Teile, aber kein schlechtes Game. Es wird halt nicht so groß gefeiert. Okay, viel Spaß bei der Arbeit. Naja, Spaß. Ich hoffe mal, du hast Spaß bei der Arbeit. Hi, Lulek. Ah, ist so schön. Ich kenne den Song, Lulek. Ich kenne den Song. Ich habe aber nicht gesagt, dass wir schlecht sind. So, The Sea of Time. Einmal ein quasi Dungeon für das Boot Und am Ende erwartet uns ein großer Fight Es ist einer der großen Kämpfe in dem Speedrun Vielleicht sogar der größte, also der wichtigste Er ist auch der größte Runkiller Das kann man eigentlich vielleicht schon beginnen zu erklären Poseidon ist einfach so bies, weil er eine Fähigkeit hat Die AOE, also die kann auf alle gehen Auf alle Spieler Charaktere Und die aber Instant Death Chance hat Es gibt einige Fähigkeiten in dem Spiel, die Instant Death Zum Instant Death führen können Ganz bekannt ist da die Death Size aus dem ersten Teil Beziehungsweise ich glaube, Kars hat die auch, denke ich mal Die eine gewisse Proc Chance hat Ich glaube 25% um Instant Death zu verursachen bei einem Target Und Poseidon hat aber eine Fähigkeit, die kann auf alle 4 gehen Dafür ist die Chance zumindest nur noch 10% Aber theoretisch, was passieren könnte ist Ja, dass er eine Watery Grave macht Und alle deine Charaktere sterben Und dann bist du halt an dem letzten Respawn Punkt Naja, das ist Watery Grave Aha, gut, alle leben, sehr gut Ja, es ist halt nicht geändert gesehen, dieser Angriff Überhaupt nicht gerne Ja, er versucht halt eigentlich hauptsächlich zu heilen Also mit Pierce zu heilen In dem Kampf Beziehungsweise auch mit Eigentlich mit Jenna, hauptsächlich, tschuldigung Mit Jenna und dann teilweise mit Pierce, wenn er es bufft Und er versucht halt mit Counter-Attacks Ah, das hat sich dann erwischt Mit Counter-Attacks von Weil Felix kann mit Reflux Counter-Attacks blocken Ähm, ihn da anzukriegen mit Megiddo's, quasi Ja, also der Set hat sich wieder lieb Oh, okay, I didn't see the thing I didn't see the thing Oh-oh Oh-oh Ich glaub, er hat was vergessen Oje, er hat kein Water of Life Es sieht so aus wie der Kling Er hat kein Water of Life auf seine Charaktere Aber er hat doch eins gekauft Jenna Ha, nein Scheinbar hat Jenna alle Wiederbelebungen Er hat vergessen die Auseinanderzus- Uh, das ist nicht gut Ja, er versucht jetzt, on the fly, das irgendwie zu fixen Äh, ich glaub, Pierce kann revive schon Aber da hat er grad einen Water of Life Ja, der war doch eins Ne, warte mal, hä? Das ist ein guter Start, ein wirklich guter Start Wenn wir alle zurück zu full Health und alive Das ist sehr, sehr schön Das ist ein No-Damage-Turn Und nichts kommt davon aus Oh-oh Jedes Mal gut durchatmen Wenn Water of the Grave kommt Ja, das ist ja 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 Ist ja Ja, das ist ja Das ist ja Sehr, sehr Das ist ja quiet Es ist halt ein RPG Chill, dir Ja, chill doch mal er hat hier vergessene fähigkeit einzusetzen die weniger dass sie weniger schaden deswegen deswegen hat er so viel schaden da kommt ein Meteor um ein bisschen damage noch für sich zu machen ah das ist sogar ein geboosteter sehr nice um haze kann be used to make someone immune to everything so um if there's any targeting on her she's going to be megiddo megiddo that's nice finishing move very good very good good job like that very well we actually even created a joke category around this called the watery grave run where you get to get to poseidon and die as quickly as possible oh god it happens way too far sometimes so und jetzt sind wir auf dem weg nach limugia wir haben echt glück gehabt dass kein wir hatten echt glück dass da kein instant death gewesen war durch watery grave also der boss hatte 4905 leben da hat ja jemand gefragt wie viel leben er hatte jetzt kriegen langsam die die bosse ziemlich viel leben die haben auch gesagt wir haben eine extra kategorie für poseidon zu poseidon kommen und sterben eine meme kategorie ja ich glaube es gibt noch keine keine submitted runs dafür doch es gibt watery grave ah ne gibt es keine leider nein ja gibt es noch keine run aber die miscellane also die kategorie gibt es aber noch kein run ja also es hat früher in der vergangenheit relativ oft so runs geben die halt genau bei poseidon gescheitert sind aber die kategorie sind jetzt noch nicht so alt dass sie sich diesen joke erlaubt haben das zu installieren jetzt glaube ich maximal ein halbes jahr oder so und da waren jetzt viele mit anderen dingen beschäftigt da können wir vielleicht kurz eingehen auf golden sun im allgemeinen im speedrunning bereich weil da hat sich jetzt im letzten halben jahr relativ viel getan am anfang des jahres wurde nämlich beim ersten teil der reihe also bei der broken seal oder golden sun 1 wie auch immer das bezeichnen möchte arbitrary code execution gefunden um das vielleicht auch noch kurz zu erklären da kann man quasi auf bestimmte bereiche des memories zugreifen und seinen eigenen code reinbringen und damit stehen einem die türen einfach super offen ja sieht man halt in so vielen spielen ja man könnte absurdeste sachen anstellen andere spiele da rein programmieren ich glaube sie haben so eine grobe abschätzung wie viel speicher dafür frei ist das ist jetzt nicht sonderlich viel das sind glaube ich nur ein paar 100 kilobyte oder so die du da rein programmieren kannst aber das ist das ist schon relativ viel um die sachen anzustellen aber wenn das wirklich jetzt richtig gut benutzt werden wir den run ein paar stunden weg drücken glaube ich wenn das vernünftig funktioniert ja also es wird eben dann im speedrun so genutzt oder es gibt zwei varianten die eine ist zwei kategorien die eine ist quasi einfach nur zu den credits hüpfen also sobald du dort hinkommst zur arbitrary code execution hast du es eigentlich quasi durch weil dann sind es nur noch ein paar sekunden und du springst in den abspann beziehungsweise eine zweite kategorie gibt auch noch wo wo du einen also du bist im ersten spiel hast du eine andere party die werden wir hier später dann auch noch sehen die werden wir auch noch begegnen der gruppe und kannst aber der gruppe einen fünften spieler quasi hinzufügen mit mit arbitrary code execution und damit passieren einige lustige dinge also konkret holst du dir jenna dazu und damit kannst du dann einrichten dass du sobald jenna level 4 bekommt oder knapp davor ist ähm keine encounter mehr gibt also wir haben eben gerade ein kleines mini spiel gemacht in dem wir die münze da in die mitte bringen mussten ohne dass die irgendwo gegen eckt und haben halt dadurch jetzt eine neue beschwörung bekommen ja die werden wir jetzt sehr oft noch sehen eclipse ist eclipse ist so gut ja mehr oder weniger das macht den ganzen run das ist so stark das so effizient einfach das zahlt sich nicht aus irgendwie ein anderes custom sammeln noch holen magst du mir vielleicht kurz erklären weil das gibt es ja im ersten spiel so noch nicht die zusätzlichen summons zusätzlichen summons ja weil das ist ja eigentlich also welche die du quasi selber äh oder wo du wo du die du erst finden musst die du finden musst sind meistens die summons die dann aus zwei jinngruppen äh bestehen wie zum beispiel wie ich ja vorhin amfang gesagt habe sagen wir mal zwei wind und zwei erde oder äh zwei wasser und drei wind machen halt hier äh echt guten schaden die musst du finden und die geben dir für beide elemente einen status bonus also ein schadensbonus also ein schadensbonus und eclips ist halt sehr sehr stark oder meinst du damit was anderes na das ist doch so eigentlich genau was ich gemeint habe ja alles klar ja meistens hast du halt nur die nur die puren beschwörungen die der halt aus sagen wir mal drei venus drei wind äh jupiter drei mercury und so weiter und so fort aber diese die man so finden kann sind halt so eine hybriden seine wohnung die schade die die in den m die die einen jungen der der und wir Wir sind immer immer glücklich, je mehr wir Leute haben, weil desto mehr können Leute sehen die Runs. Desto mehr Leute sehen die Runs. Und desto mehr spenden auch. Für den vielen guten Zweck. Immer her damit. Mehr. Mehr. Mehr Speedrunner. Und mehr, mehr Donations. Ich will irgendwann mal die fünfstellige Zahl haben. Oder möchte. Sagen wir es mal möchte. Das war's. Das war's. Das war's. Oh wow, jetzt kommt echt das ganze Geld rein. 39.000 von 50. Come on. We can do it. Komm, irgendein großer Developer oder so nochmal 5000 rein, muss kommen. Hier gibt's auch was interessantes story-wise, hat gerade auch Plexa gesagt. Die Leute, die da in diesem Gebiet sind und bleiben, altern extrem langsam. Eigentlich ist Craden der ältere Herr, der die ganze Zeit bei uns mitläuft. Und der untere Typ, dasselbe Alter. Wow. Nur er ist geblieben und Craden nicht. Ich bin Pindyboy. Schön, dass du da bist. Das ist der zweite Teil. Wie auch Pindyboy gesagt. Ihr seid so unglaublich. Ihr habt so viele wundervolle Dinge passiert. Und es ist alles für einen großen Kosten. Also lasst es mit den Donations, okay? Am ich so gut zu gehen? Du bist ein guter Typ. Das ist eine Maria, du bekommst das. Ja, ich bin guter Typ. Ja, das ist der Lore-Dump von dem Spiel. Es ist so viel Lore-Dump. Jetzt, jetzt kriegt man halt die ganzen, ganzen ganzen Geschichten erzählt. Was passiert ist, wieso es passiert ist, was noch passieren muss Also im ersten Spiel ist quasi der ganze Anfang relativ Cutscene-lastig Das haben wir hier eben ganz am Anfang nicht gehabt, haben wir nur ein paar Minuten UchuTV, weil wir der offizielle Restream sind von SGDQ, also Summer Games Done Quick einem sehr großen Spenden-Marathon mit Speedruns Wir sind halt der deutsche Restream davon Hallo Vanished Heroes, schön, dass du da bist Schönen Abend Weil wir der Restream sind, wir sind dafür da, um die Spiele, die in Amerika, Englisch gemacht werden, auf Deutsch zu kommentieren Wir sind halt in Deutschland quer verteilt Und wir wollen halt nicht uns zeigen, wir wollen halt die Speedruns zeigen Und SGDQ Und für den guten Zwecksspenden Nee, nee, Hobby Das ist unser Hobby, wir kriegen dafür nichts bezahlt Hobbyrunner und Kommentatoren Hobby oder auch Wir wollen halt auch, dass mehr deutsche Leute Speedrunner Speedruns sehen und Speedrunner werden Und deswegen zeigen wir die Marathons und erklären für Leute, die wirklich kein Englisch können Oder nicht so bei, äh, nicht so unterwandert sind in Speedrunning Dass man so alles machen kann mit ihren Lieblings Games Wie zum Beispiel, dass man dann halt Spiele wie Ocarina of Time einfach in drei Minuten durchspielt oder weniger So wie es sich gesagt hat, die Frames müssen wenig werden Und das ist halt alles für den guten Zweck Das ist alles, was wir an Spenden kriegen Beziehungsweise SGDQ an Spenden kriegt Das ist alles für Ärzte ohne Grenzen Dieses SGDQ Ja, neue Leute Warum nicht? Den neuen Leuten alles zu erklären ist doch schön Mehr Leute, desto besser, ne? Mucho? Ohne Grenzen Jetzt ohne Grenzen, hab ich doch gesagt Oder hab ich was anderes gesagt? Ich weiß es nicht Ich hab mir doch doch das Er hat so ne Grenzen Wird schon passen Ah, wir sind endlich fertig mit dem Lemuria-Teil Yo, wir haben die Story Den Story-Drop überstanden Alles Lurke Hauptseite Wir sind auf der Hauptseite Wenn man in Deutschland draufklickt Die zählen auch als Viewer Die haben halt nicht den Chat Dann haben wir auch viele Hosts Die uns unterstützen Und viele Leute sind das Gucken sich das halt so nebenbei an Essen Machen ihre Arbeit Und haben das halt nebenbei einfach an Einer von uns Einer von uns Einer von uns Nein Ach man, Purge reicht doch manchmal Ganz ruhig Hätte er noch was geschrieben Hätte er sowieso den Bannhammer abbekommen Ne, das nächste Mal Bann ich auch einfach drauf los Gibt nicht nur ein Purge Dropped Bannhammer Ach ja Ach meistens sind die Leute die kommen rein Schreiben sowas und hauen wieder ab Also So, jetzt kommen wir so So langsam Auf den ersten Leuchtturm In diesem Spiel Der Jupiter Der Wind Ja, das ist der Winter Der Windleuchtturm Mit der Jupiterleuchtturm Zuerst müssen wir uns noch dafür Zugang verschaffen Aber dann Dann legen wir los Die großen Kerngebiete In diesem Spiel Ja, wie ich Wenn ich nicht kommentiere Habe ich das hier an Während dem Während dem ich esse Oder halt einfach Ein bisschen was spiele Ich habe das alles so Im Hintergrund an Kannst ja machen Rizal Oh wow Das Geld kommt jetzt rein wie sonst was Ich freue mich Oh wow We also got a $500 donation From Mr. Horrible You're not horrible If you're donating That much They say Why is it called Dullahan If everyone's so Hype about it Whatever the case Oh wow Eine 500er Spende Oh my god Ich gucke gerade So eine 500er Spende an Und dann sehe ich nur 2.000 1.500 1.500 Oh okay Okay So plätschert es rein Huh Oder Strömt es schon fast Das tut 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 Das tut gut das tut gut Das tut gut es würde nicht so Das tut gut Sprechert es hand Süße so lustig ausgesehen jetzt einfach sehr viel über die map gehen damit wir dann ja das ist dann relativ lange an sich jetzt müssen wir zu dieser ähm wir essen diese Village wo halt dieser Contest ist endlich liest man dich wieder hier 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 in diesem hier 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 ja immer dann weiter zum Jupiter Jupiter zum wind geflưỡilla zusammen sie dann gibt's noch den Magmarog also dann halt nur noch das maus leuchtturm ja nur noch 6.000 weniger als 6.000 wir machen mal kurz weiter ok also bitte mach ich ähm ich hab grad was super zum erklären ähm die also was sie jetzt machen ist diese Trial Road ähm die wer das aus dem ersten Spiel kennt das ist vergleichbar mit dem Koloss mit Kolossopard aus dem ersten Spiel ähm im Unterschied dass man es hier als ganze Gruppe macht dieses Event und ähm das Interessante ist dass das ähm dass dieses Event also einerseits würden sie jetzt ja das ganze Event erklären das wird hier ein bisschen geskippt äh mit dem Richard Gitch das ist super praktisch und äh dass man die lange Cutscene sich da erspart wie sie das ganze versuchen zu erklären ähm im Grund besteht diese Trial Road eben aus äh mehreren äh Räumen wo wo es Puzzles gibt und das macht deine Gruppe und die Gruppe von diesen ähm von diesen Einwohnern hier parallel ähm also einerseits gibt es hier eben diese Puzzles die immer schnellstmöglich durchkommen soll und am Ende von jedem Raum gibt es eine gibt es zwei Truhen und die schnellere Gruppe oder die die zuerst ankommt die muss nur ein Item ablegen um quasi durch die nächste Tür kommen zu dürfen die langsamere Gruppe muss zwei Items abgeben und äh so geht das eben durch diese vier Räume durch und ganz am Ende äh wenn man quasi durch der Trial Road durch ist ähm kommt man dann zu einem Bossfight in die andere Gruppe und das ist natürlich wenn man relativ viel einfacher wenn man äh äh die die sich noch einige Items quasi übrig oder nicht so viele Items abgeben hat müssen äh zusätzlich gibt es dann aber noch einen Glitch dazu ähm ähm Details kann ich jetzt auch nicht wiedergeben weil es ist äh äh es steigt dann doch meines meines Wissens gibt es aber ähm ähm die Items die man hier abgibt ähm die kann man quasi duplizieren in einem späteren Part ähm sich wieder zurück das ist ziemlich broken äh weil wir haben zu diesem Zeitpunkt schon das Schwert äh auf Felix und wenn man sich wenn man das duplieren kann und äh äh noch ein paar andere Engipments gibt es auch die interessant sind dann hat man äh ziemlich overpowered äh Gegenstände und genau das äh wird auch ausgenutzt oh wir sind schon im Trial Road oh ok cool ja wie macht er dann die Soulblade Duplication verstehe leider nicht genau wie das funktioniert weißt du das zufällig ja keine Ahnung Du musst ja im Trial Road einige Gegenstände abgeben und ähm man kriegt sie ja quasi am Ende wieder zurück nachdem man fertig ist mit dem mit dem Bossfight aber ähm man kann irgendwie funktionieren wie das mit diesem Duplication dass du dann später zum späteren Zeitpunkt die Items quasi wieder zurückkaufen kannst so der Kampf hier ist eigentlich auch relativ hart weil diese diese Krieger die sind sehr sehr sie sind physisch sehr stark und haben auch noch so ein paar Items diese Pulsids die sie verwenden um äh äh Aoe Schaden zu machen ah sehr gefährlich ich weiß ah du weißt wie das ist ja der Shopkeeper hat doch Artefakte und alle die du da rein tust in diesen äh weglegst hat er hat er denn im Artefakt Menü kann er kann man dann kaufen he 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 das ist ja praktisch wie gesagt der äh kann relativ schwer sein wenn sie einen äh wenn sie einen von der Gruppe down fokusen sieht man hier zum Beispiel wieder das war eine Attacke und Jenna ist fast down ähm 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 soweit vorbereitet dass eigentlich nur noch Shiro überleben muss und dann mit einem ähm äh die finischen kann äh jenna ähm ähm hey die Musik ist weg genau das ist irgendwie so ein äh Side-Effekt von diesem Retreat-Klitch vor der äh vor der Trial Road so wie ich das verstanden hab die Musik einiger Zeit weg ist das führt das 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 also auch im Jupiter Lighthouse dann noch äh 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 wow ist das ruhig echt entspannend äh 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 ä ä So wie es das handelt ist, indem du eine Kopie von deinem Inventor gemacht hast, wie du es warst, wenn du es in den Inventor gehst. Alles, was du benutzt hast, in der Trial Road, kommt zurück. Die Misch-Potion, die wir in der Battle benutzen haben, zurück zu uns. Alle Items, die getroffen sind, zurück zu uns. Die Items, die Felix getroffen hat, zurück zu uns. Hier fahren wir einfach mal mit dem Boot Richtung nächste Location. Jetzt haben wir viel zu erklären. Ja, ich möchte eh nur noch fliehen, derzeit, weil es schneller ist. Und wenn sie ein bisschen Schaden kriegen, dann können sie sich eh raufheilen. Ah, jetzt verstehe ich das mehr. Man hat da die Waffe und so alles gedroppt, ne? Also, dass die weg ist. Das Problem an der Sache ist, ne, kein Problem. Aber Golden Sun hat ja die Mechanik, wenn du legendäre, also diese Relikte droppst, sind die ja im Pool für den Relikt-Job. Aber das Spiel ist so gecodet, dass er sozusagen nachguckt, was für eine Items du reingehst in den Trial Road. Mhm. Und genau alles, was du hast, wenn du reingegangen bist, kriegst du auch wieder. Ah. Oh, das ist aber cool. Jetzt duplizierst du einfach alle legendären Finger. Ah, das ist so. Muss man eigentlich sagen, das ist intended coded so. Also, Selbstschuld ist eigentlich so vorgesehen. Dass die Spiele so schlau sind und drauf kommen, dass das so gecodet ist und dann ausnutzen. Ja. Passiert. Ja. 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 Und der Ninja-Klasse ist eine Tri-Element-Klasse, Venus Mars Mars und Jupiter. Ginny, bist schon ein Inde-Setup. Ja. Ja. Das war eine. Ja. Na 204, was wir wissen, atmen, die Neues sind üphG odpow, und das ganze Спiel hat am Wir beginnen Ninja. Aber ich habe ja heute im Grunde ein Shitcam auf했어. Das ist auch einfach eine extrem Broke, die Klasse. Mit Shuriken einfach der Attack-Damage auf mehrere Gegner ist sehr stark, wenn man einen Soulblade hat. Geht aber auch nur, wenn du drei Elemente hast. Felix ist halt Erde. Man hat ihnen dann halt auch drei Feuer und drei Wasser. Du hast drei Wasser oder drei Jupiter, also drei Wind oder drei Wind gegeben. Und deswegen ist er drei Elemente. Erde, Wasser und Feuer, sagen wir es jetzt mal so. Dadurch ist er jetzt der Ninja. Feuer, Wind. Den kann er jetzt Shuriken schmeißen. Shuriken! Ja, Ninjas sind einfach cool. Ja, aber irgendwie sind Ninjas immer sehr stark in solchen Spielen. Und das ist ja bei den Fantasy genauso. In den ersten Teilen. Ja. 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 Ja, sicher. Ja, genau. Ja, ich kann ja auch mal kommen. Wir hatten gerade einenannychenswert. Und sie sind eine sehr interessante Monster. Also dass sich deren Name nicht befindet. 48,5 K Wow 3,5 Den Raum werden wir öfter sehen Da war ein 2000er Oh Ohne, ohne irgendwas 2000er Und dann noch eine 500er dahinter Ja Oh mein Gott, wir haben 700, wir haben 700 Let's go for 600 500 We are so close, we are like under a hundred dollars away We are there, we are there, come on, send in, send in those last little dollars, please We have a 250 dollar donation from Tiberius that says 51 Ja, hier werden wir es auch sehen, das ist übrigens das einzige Leithaus, also Leichtung Ja, stimmt, Leichtung, das wollte ich sagen, danke Das oben so einen Töpsel, einen riesigen Stöpsel drauf hat Dort, wo man den Wo dann später der Stein reingeworfen wird Warum auch immer Versteht keiner so genau, wieso das gebaut wurde Der Leuchtturm ist der Hipster in den Leuchtturm, er muss immer anders sein Ja Jeder muss sich irgendwie voneinander abheben Der Rücken ist echt stark, ey Diese Schwebemechanik ist auch lustig Oh, wir haben geschafft 2000 Es ist soweit Wir dürfen Dullahan dann sehen Dullahan, wuh Naja, Mucho, das ist so Wir spenden für ein Intentive sozusagen Wir wollen halt Was bestimmt ist Und dafür müssen wir Geld spenden Und das ist halt einfach nur Hey, wir machen was besonderes Wenn wir so und so viel Geld haben Um Leute halt anzusporen Um Hier zu spenden Wir haben jetzt gerade für dieses Spiel hier den Superboss freigeschaltet Sozusagen Also der Runner wird den Superboss machen Ja Ich werde nicht mit meinem eigenen Es ist sehr intens Es ist Es ist Es ist Es ist unglaublich technisch Ich fühle mich, dass wir die Geschichte machen müssen Es war ein großartiger Marathon Das war ein langes Mal Wo sein Intentiv war Geht Iris Und alle waren Oh mein Gott, er wird gegen Dullahan Und alle waren sehr begeistert Und dann hat er alle Und ich werde ihn trotzdem Aber dann werde ich es auch Habe ich einfach weglaufen können Ah, er hätte Ich hätte einfach weglaufen können Das ist auch recht interessant Bei diesen Skorpione Bei diesen Skorpione Ähm Also wenn du einen Counter mit diesen Skorpionen hast Also wenn es mehr als ein Wie ist es genau Wenn es mehr als ein Gegner ist Also mindestens ein Skorpion Ähm Dann hast du eine erhöhte Fliehchance Und das liegt daran Weil der Name von diesen Skorpionen So lang ist Dass er Das Wenn du mehrere davon eben hast Die letzten Stellen irgendwie schon so Ähm In In die nächste Variable Äh Einspiel Und das ist aber das Äh Quasi das Level von den Von den Gegnern Und Damit Ist es wenn du zum Beispiel Äh Skorpion 2 oder so hast Also 2 Skorpione hintereinander Dann äh Hast du Einen sehr sehr niedrigen Gegner Level Von 2 oder so Deswegen kannst du eigentlich Fast zu einer hundertprozentigen Chance gegen Skorpione fliegen Oh Wie schlecht Absurd ist Aber äh Ziemlich lustig Und He needs emote For no reason Appreciate Shopgirl Yeah Shout out to Felica She's great And she's got an Appreciate Shopgirl Kind of points thing And it's fantastic Great emote too Hannah donates $100 Saying I own Golden Sun But was never able to get very far Enjoying seeing it being flight today Good luck to all the runners And huge thanks to the incredible GQ team Mhm Ja, Speedrun halt Nenne ich jetzt mal Iggy Ich hoffe mal, ich hoffe, dass es nicht böse Also du wirst nicht böse, wenn ich dich Iggy nenne Ich, ich Es wird Es wird Es wird Ja, und das in einem Speedrun Sechs Stunden Für einen guten Zweck Es wird Gildensan gespielt Warum brot Arados? Die Namen sind doch nicht schlimm Das stimmt allerdings Grot Arados Oder Grot Arados Proving a point Ich hab doch gesagt, er ist nicht der Letzte Iggy sagt das auch Nenne ich jetzt Cody Fällig Bist jetzt Cody Und hier hat man diese Komischen Komischen Platten Die du nur einmal betreten darfst Sonst fällst du runter Und diese Walzen kann man halt immer nur in einer Richtung drehen Bis sie dann halt irgendwo an der Säule oder so hängen bleiben Guck mal, wir gehen wieder rein Obwohl wir drinnen waren Unser Unser schöner Rückzugsglitz Wieder Nenne ich hab dazwischen noch einen gesehen, Rizal Moko hat das ja auch gesagt Ja, also seid froh Wenn mal die Leute das richtig sagen Also ich könnte euch alle eine Abkürzung geben Ja, ich kann euch das sagen 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 Considering die amount of damage Es tut, es ist nicht ein hellesdrink Es ist nicht ein hellesdrink Es ist nicht ein hellesdrink Es ist ein hellesdrink Für Zollahe Oh, es ist ein deathdrink Es ist, es ist Dealing 800-ish Damage To people We have 200 HP Ja, das Es ist nicht gut Für uns Es ist Ja, es ist Es ist Flach Your death Es ist Warum soll ich das nicht machen, Rizal Nicht mehr auf Du kannst doch nicht einfach so unsere Viewer mobben Ich hab dir doch alle lieb Oh Oh Also halt wird hier gemacht Hier wird halt immer zu Verschoben Dass die Energie zum richtigen Punkt hinkommt und diese komischen runden Kreise da werden halt die Plattformen nach oben schweben denn, wenn die an diesen Kreisen stehen, die schweben denn in der Luft, dann kann man rüberspringen alles mit Schwerelosigkeit zu tun nein leider nein, außer man fährt mich ich habe zwar Auto, aber ich fahre nicht wenn du das hier erwähnst, dann findest du gleich eine Missfrage liegen ich würde gerne mal zu euch und mal mal hinkommen, aber erstens durch die Arbeit ein bisschen problematisch und zweitens ich hasse es Recken zu fahren, die ich nicht kenne wie die Pest also ich bin guck mal, wir waren wieder out of bounds das war eigentlich, wir haben ja wir sind einmal runtergefahren und sind ja rausgegangen draußen gewesen vor den Treppen des Jupiter Leuchtturms da sind wir gerade ja, erst einmal ja diese ja und wir sind eben gerade out of bounds gewesen, indem wir einfach in den Punkt gefallen sind wo wir eigentlich hingehen sollten vorher ja genau und das wirkt halt immer lustige Dinge, also diese Retreat Glitches das muss man schon durchtesten da kommt man dann an den ungewöhnlichsten Stellen eben raus so wie eben hier, wo man einige sehr sehr lange Räume ähm und unangenehme Räume es gibt und natürlich zusätzlich die Encounter, die man immer in diesen Räumen hätte ah, Verniedlichung Azrael Verniedlichung ich hab da ich hab da ein Wort im Kopf aber ich lass es oh, ich glaub du hast sicher eine sehr gute Idee ja, natürlich ist es eine gute Idee na, hier will die diese Rollerätsel da müssen wir halt uns eine Wegbahn ich werd dich mal kurz im Stich lassen ich hol mir mal was zum Trinken nach mach das, mach das bis gleich Müssten wir gleich zu dem Bosskampf kommen wüsste nicht mehr lange dauern hier treffen wir das erste Mal die andere Truppe vom ersten Spiel Garrett, Ivan Isaac und hier haben wir die die beiden Antagonisten die Schwester von von dem ersten von von der die Schwester von den Antagonisten des ersten Spiels und sie will jetzt ihre Schwester rächen und er ist einfach nur da um zu helfen oh, Dinge sind die werden die werden die Menschen die werden oh, ja ich liebe es da es ist auch ein sehr wichtiges was wir müssen mentionnen sehr, sehr wichtiges was once again Garrett ist die wir in diese Situation um, danke sehr, für das Sucke ja das ich will have you know that the most useful use that Garrett has in this run ja mia mia war die merkur adaptin die da noch ist mir evan isaac und garrett ja james wir haben den spezialboss hinbekommen die 50.000 den superboss sehen aber darauf freue ich mich schon richtig ist wieder schön aufs den beigesetzt damit man wieder beschwerung kann und 12 übrig gelassen damit wir die verteidigungsfähigkeiten haben von den gents kommen wir halt endlich zum kampf zwischen uns und cast und agatio beziehungsweise das sind die namen im englischen keine ahnung wie die im deutschen heißen wir wollen halt nicht dass unsere dass sie unsere wie soll ich sagen dorfmitglieder umbringen unsere freunde das sind halt jenna die rothaarige ist halt kindheitsfreundin von isaac der da gerade liegt und garrett der da hängt und naja wir wollen nicht dass die sterben also müssen wir halt was dagegen tun na komm beziehungsweise kommen wir gleich zu dem kampf so da bin ich wieder willkommen zurück danke danke ein boss fight mit vielleicht einer einer überraschenden wende und jetzt kriegt die welt die jupiter energie wieder die jupiter alchemie jetzt wollen sie uns nicht mehr zurücklassen und jetzt wollen sie einfach dann kleine kinder vermöbeln oder jugendliche vermöbeln was sie auch erfolgreich tun jenna macht es schon oh nein ich will mich schnapp werden eine nach dem anderen fällt er macht immer denselben fehler oh rising dragon ja ähm spaß verseite wieso machen die das so im kampf wieso verlieren wir hier absichtlich einfach weil es schneller ist macht quasi für die story oder nein für die story macht es schon ein wenig unterschied es hat dann ein bisschen andere story gibt wenn du gewinnst es ist durchaus möglich zu gewinnen allerdings ist es halt schwer und langsam und ja wir wollen halt sowieso schnell sein also macht es für uns keinen großen unterschied und wir verlieren ich hab so lange probiert bis ich es geschafft hab ich auch ich hab auch gar nicht dran geht oder ich glaube ich hab auch immer resettet wenn sobald ein oder zwei draufgegangen sind also ich hab das gar nicht wusste dass man verlieren kann ich verliere doch nicht also ich bitte dich ja wir haben ja nie passiert ganz sicher nicht dann weil auch und also nein ich weiß nicht ich hab eine theorie dass das verlieren das ist was jemanden passiert der gegen mich antritt das ist das ist das das ist das das ist das das ist das die irish above die 100 das sagt good luck on the run flexa i want to see dollhan get destroyed yep and we have made that and since it happens we will be seeing dollhan get destroyed i love to see it represented here on gdq donation goes to the dollhan fox fight i have that spiel immer gerne gespielt mit den halt die erde djins zu den erdeadepten feuer djins zu den feueradepten i have immer wieder wirklich ungeändert hier haben wir jetzt einen encounter mit den anderen die wollen uns aufhalten wir wissen es besser ja jetzt reden wir über unsere differenzen und was passiert da und siezen uns weiteinander an aber natürlich so wie es auch sein soll eine große party wir wollen zwar denn nachher dass die leuchttürme angehen aber wir wollen nicht dass es cast und gardio machen ich habe jetzt keine ahnung mehr wieso weißt du das noch pff da ein paar können mich auch nicht erinnern wieso das ihnen wichtig war sonst hätten sie ja quasi da einfach weg gehen können aber damit nicht sicher wären sie sicher nicht sicher gewesen ob sie es wirklich machen wirklich kass und agape das durchziehen oder auch durchziehen können weil wir sehen sie dann nochmal ich sag's mal schon schon haben wir acht leute mit denen wir arbeiten können und jede menge genie oh wir machen das jetzt zeigt er jetzt nur mal er hat gesagt er macht das mit diesem team oh ich hab mir gedacht das ist nicht wirklich ok werden wir dann noch sehen so wie ich das jetzt mitbekommen habe naja ja weil wenn er dahin geht er muss von der story technisch gar nicht her gehen und jetzt setzt er mal die genie so hin also was er halt braucht aber was mich interessiert ist ob er jetzt nochmal ich kenne es jetzt eigentlich nur so dass er nochmal resetten muss er wird damit eigentlich indirekt die kategorie bringen normalerweise darf man nicht also safen darf man aber man macht nicht laden beziehungsweise nicht quitten nicht resetten oh der eine djinn der eine feuerdjinn ich sag jetzt nicht den namen wie meinst du flash nein nein der eine hieß ein bestimmtes wort ich glaube ich weiß was du meinst ne davon haben wir schon genug genau jeder der drauf geachtet hat weiß was ich meine ja es ist unworten der vergangenen jahre ja ist ein djinn aus dem folgenteil jetzt wollen wir wieder zurückzugsglitch machen ja ah ok jetzt verstehe ich wie das macht es zeigt eben zuerst wie man wie man quasi den Preis nach Dullahan cheaten kann hier 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 kriegt man dieses insane summon nach dem beer genau nach dem beer nach dem beer genau jetzt mit dem reset kann er also was hier passiert mit dem reset ist auch interessant weil das ist quasi auch ein teil wie die rng funktioniert wenn du das spiel reset ist dann kommst du quasi oder hart reset ist dann kommst du auf einem bestimmten rng wert Wobei, wenn man eben so ein Incentive hat, dann muss er das eigentlich auch machen. Funktioniert nicht anders. Also ja, er hat jetzt wieder diese klassischen Retreat Clitches gemacht, um in diesen Raum schon zu kommen. Also kommst du da nicht so schnell hin. Banished Hero, es ist kein normales RPG. Es ist ein RPG mit Glitches. Ein RPG mit Glitches. Und gleich wieder diesen insane Fight. Und obwohl er eben seine Vorbereitung quasi hat, diese Battle RNG, er muss halt sehr, sehr genau auf die Inputs achten und trotzdem noch auf Fehler reagieren. es ist nicht immer so, dass auch der Hahn sich äh, 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 wie sagt man da, ähm, ähm, mitspielt. Also hoffentlich hat hier alles gepasst und, ähm, funktioniert auch weiterhin. Willkommen, Dullahan. Willkommen, Dullahan. Willkommen. Ja, richtig. Ja, richtig. Das ist einfach ein riesiges Spiel. Es ist halt auch sehr technisch, dieses, dieser Update, weil, ähm, er muss auch, ähm, Charaktere immerhin hin und her wechseln. Weil er jetzt ja quasi zwei, äh, Partys hat, zweimal vier Leute. Hammer kann immer nur vier, ähm, ähm, gleichzeitig bedienen, sag ich mal so. 1.700 Schaden. Ah, da ist schon irgendwas schiefgegangen. Uh, wie manso do Senmei Mechanics Wie lange braucht man früher durchzuspielen? Spiele in 6 Stunden? Meinst du einfach einen Casual Run, denke ich mal Also kommt eben darauf an wie viel man gemacht hat Ich würde sagen für Story alleine braucht man sicher schon 30-40 Stunden Das ist halt ein sehr sehr langes Spiel Und wenn man da wenn man das so sich denkt dass die ersten beiden Spiele also dass es ja zwei Spiele sind in AM eigentlich Wenn man die zusammen addiert dann kommt man noch um einiges mehr in Stunden Also um alles in beiden Spielen durchzuspielen dann kommt es locker auf 100 Stunden Ja Und es sind auch gut investierte von der schon Also um ja es hat eine AoE Instant death block chance es ist sehr, sehr scary Um es start ist ganz hoch auf der Target und dann ist es ich denke ist es garantiert auf der Target und dann ist es mitigate down 60-30-10 Um so Es ist nicht ganz garantiert mit der richtigen Manipulation und dann kann man sich sicher dass es um 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 Ja Das kann schon hinkommen zu 31 Stunden Main Story Mit mehr 40 Stunden Das finde ich ein bissl Ja wenig angesetzt, aber es kann ja schon hinkommen. Kommt natürlich darauf an, wie viel man eben macht, weil theoretisch kann man natürlich schauen, dass man man kann auch es gibt auch Crafting quasi in der Lost Age man versucht hat alle möglichen Gegenstände quasi zu erstellen, also da kann man schon unzählig viel Zeit reinstecken Ich hoffe, das kriegt er jetzt hin Ja, man muss jetzt eben sehr genau darauf achten, was er an Inputs macht, weil alles hier die Battle RNG bestimmt und wenn er das quasi so wie vorher nicht komplett einheilt irgendwo zu früh eine Animation auch canceled dann verendet das die Battle RNG und der Fight wird unschaffbar also Daumen drücken hoffentlich klappt es diesmal Wir hoffen es mal Es ist halt auf jeden Fall ein absurd niedriger Level und wo er da hier antritt und normalerweise hat man auch viel mehr Genie mit dem man sich also wenn man wenn man hier hinkommt 16.000 leben Ja und er hat absurde Attacken die extrem viel Schaden machen Ginstorm die die ganzen Gin wegnehmt das würde heben ohne meine Wurzelung gar nicht schau Ich habe mir diese Sachen ab so far in order to make Dullahan skip his break attack in the pattern since he skips an attack that means the next attack is pulled one step further into the into the in to the in to the in to the Ginstorm is now longer in the second cloud Ah ja übrigens der Felix Tod sollte da eigentlich ein geplanter Tod sein so dass das wir tun DULA DERP DULA DERP DULA DERP DULA DERP DULA DERP also manche manche Tode hier sind vorprogrammiert und sind auch vorgesehen also das ist quasi in Ordnung wenn das passiert ähm für uns für uns hat es schwer zu beurteilen wenn man jetzt nicht die genaue Abfolge kennt über 2000 2000 mehr als 2000 2000 schaden da hat man jetzt schon gesehen wie viel diese Elemente Erhöhung durch das Beschwören halt ausmacht von 1700 auf 2000 noch was wir haben noch im Partydown gehen können ein Schaden ja er hat halt auch viel Defense ja wir haben halt kein normaler Angreifer da hat man glaube ich da hat man ein kleines Ticken von Judgment gesehen man sieht wie knapp das ist das ganze selbst mit Manipulation ist es sehr knapp ausgelegt mehr Spooky Friends dieser Kampf ist halt so mit der ang manipulation welche konsole es war eigentlich der gamebook color nenn mich ja nix und jetzt es gibt halt auch virtual konsol advanced gamebook advanced nicht color advanced ich habe miss erzählt advanced schulde 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 hast dasselbe es war ein scherz auron er wollte nur nachprüfen ob chat noch schwach ist so jetzt nähen wir uns am Ende des fights ja das gibt jetzt ein paar level ups und jetzt dann gibt es eine neue bespörung so oh my god that's the hard way to get iris way to go way to go hmm oh wieso settet er das i hat war g das wäre das wäre dick gewesen das John Puddle, glaubst du mehr, ne? Hm. Macht das das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, das war ein... Ja, es war... Ich denke, da war ein slighter Veränderung. Es war ein slighter Veränderung. Ich bin sehr sicher, dass es ein Miss-Target war, das ich nachher gesehen habe. Ich war auch ein bisschen interessiert. Ich war nicht sicher, ob das alles verändern würde, aber ich wusste, dass es ein Miss-Target war. Aber... Ja... Ja... Ähm... Es war schwer. Nein... So... Wir waren eben gerade Jupiter, oder... Wir haben von der Story her die Party wieder vereinigt. Und es gibt halt noch ein Ding, was wir machen müssen, bevor wir zum anderen Leuchtturm gehen können. Also... Es ist hier nur noch der Mars, quasi der Feuer gewidmete Leuchtturm übrig. Aber um da reinzukommen, ähm... Brauchen wir eine weitere Sai-Energy. Und dafür müssen wir noch zum Magma-Rock. Es ist eben der... Feuer gewidmete Rock, weil... Wir haben ja auch schon, ähm... Erz-Rock ganz am Anfang des Spiels gehabt. Ähm... Und da müssen wir noch hin. Zwei Feuer gewidmete Dungeons... Ähm... Die wir hier noch... Beenden müssen. Also... Am Ende des Spiels haben. Yep. Jetzt, jetzt können wir sogar fliegen mit unserem Boot... Jep, fliegen das Bolz. Ah, das ist die Magik-River. Ich hab das gefunden, das ist meine. Sie hat niemals einen Agenten gehabt, aber sie schafft die ganze Runde und die ganze Runde und verbreitet die ganze Runde und verbreitet die Menschen, die die Kraft des Winden ist wirklich etwas, das man sie respektieren sollte und sie ist einfach ein kick-ass Charakter. Ich liebe sie, wie sie so viel zu tun hat. Du bist nicht gemeint, dass du in dieser Bereich von dieser Seite aus dem Boot und du endest einfach... Wait, what? Okay, den Glitcher ich auch noch nicht kann. Hell! Das ist ein Ding, man muss tun. Also das ist ein Magic Boat, hat er schon mal gezeigt, aber daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Man hat sich in einen NPC verwandelt. What the hell? Der Magma Rock. Der Magma Rock. Der Magma Rock. Magma Rock ist broken, by the way. Das ist vielleicht der Dungeon, der... Naja, okay, nein. Ich glaub, Earth Rock ist vielleicht noch mehr broken. Aber darüber könnte man streiten. Aber grundsätzlich, wer eigentlich intended, wir haben hier diese Synergy... Uff, wie heißt denn das mal? Die, die Kabum macht. Ich nenne sie einfach mal so. Und die sollte eigentlich so funktionieren, dass du... Burst! Ah, Burst heißt. Danke. Dass du neben diese Steine, die halt etwas gesplittert schon aussehen, dort dich hinbewegst und die dann mit dem Burst quasi explodieren lässt. Jetzt ist aber die Sache, dass sie nicht reingecodet haben, dass das nur auf derselben Höhe funktioniert. Und damit kannst du das... Du kannst quasi unter dem Teil stehen, aber du bist quasi daneben, in einem gewissen Sinne, so dass du sie in die Luft sprengen kannst, obwohl du sie zum Beispiel in dem Fall hier, wie er jetzt dann auch vorzeigt, nicht einmal siehst. Die haben halt vergessen, die Y-Achse mit einzuprogrammieren. Ja. Damit ist das halt ziemlich broken. Die Z-Achse. Genau, damit ist dieser Dungeon halt ziemlich broken. Oder dieser Teil von diesem Exterior. Ziemlich broken. Weil das macht er hier jetzt die ganze Zeit. Also... Von oben und nach unten kannst du halt... Dann triffst du die halt nach oben und nach unten hin. Aber nur seitlich nicht. Du musst genau darunter stehen. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich gar nicht nüt. Ja, ähm, wie man es nimmt, es macht natürlich für uns das Ganze ziemlich einfach. Wir jagen einfach alles in die Luft. Ja, wir können auch die Kutschene, das erklärt das Flugzeug, aber, äh, ja, sie haben Wände auf unser Boot und jetzt kann es mit der Kraft der Energie fliegen. Es dreht unsere Energie, um zu relativ kurz so eine blinde Kletterpassage. Und, äh, mit gutem Positionen, und wenn wir da gekommen sind, haben wir eigentlich geschafft, dass wir eine Introduktion für das, das ist ziemlich großartig. Sehr schön. Vielen Dank. Ja, ähm, auch noch wichtig zu erwähnen, ähm, es ist völlig in Ordnung, dass wir hier draufgehen, ähm, das ist sogar erwünscht, ähm, weil wir sowieso für die nächsten Retreat Glitches, ähm, die PP runterdrücken müssen, also, äh, also, äh, zu dem Zeitpunkt gibt, äh, hat, äh, Felix oder noch schon das Revive und kann die wiederbeleben und somit drückt man die PP auf, äh, quasi gegen Null runter. Es ist halt einfacher, Leute wiederzubeleben und dadurch die, äh, Punkte zu verlieren, geht halt schneller. Ja. Jetzt Retreat Glitch und dann hier rauf, dann gibt's hier diese blinde Kletterpassage, die dieser Teil als auch schon, oder eine ähnliche in Airs Rock gegeben hat. Und dann find ourselves a little nook und cranny, move up left, get onto another ladder, at that point we know that we, the hard bit is going to the right and then left to get onto the ladder, but there is a way to find it. Get an encounter to reset the, the Retreat Glitch state, and then run down right, and then kind of climb down to reset the screen. Because by getting an encounter, Retreat Glitch state, leave, um, and then we can go through screen transitions again. So, it just... Also, um, probably mentioned it a very long time ago, but now we have Isaac's team playing, because only Isaac is in the party and not, uh, Felix. So, it's a nice little callback for the first two games. It's a really nice touch, actually, just to have Isaac's team playing in this game. It's really cool. You can also get Jenna's team, which we routed out. Again, thank you, Selanuk, for that one. But yeah, you won't let him live that down, will you? He's just like, thanks, Selanuk, every time it comes up in conversation. Yeah, careful. It, it goes both ways, because yes, this is technically faster, so that's a good thing, but it also is something really cool, so yeah. Yeah, again, the order of priority is Felix, um, Isaac, Jenna. So if, you know, all three of them are in the party, the Isaac's team playing. Bye bye, Asgratal. But thank you that you were here. How fast are you doing D&D? D&D is something nice. Yeah, the battle strategy has worked out already, is run away. So, it's a big Kaboom. Run away! Yeah. They gave us a level 28 party, it's like a good eight levels higher than everything else. So, sorry, we're gonna abuse that and we just run away from things. Unfortunately, the last dungeon of the game is not fast for the run away from things, which is good, so. It doubles him in, okay. Whew. No effects on Orbs. Orbs is strong. Also, we haven't appreciated the Magma Rock soundtrack enough, I feel. Like, this is a great track. It's so good. It's an absolute fun. It's very Magma Rock. It's so good. Very fitting. Magma just got everywhere. Every Rock has a great score, but Magma's got another level. You can see that I'm getting slightly better chance, or slightly less turns per each encounter with I. So, noch sieht hier ja alles normal aus, aber ich muss schon sagen, der Part ist dann auch relativ hocken in dem Dungeon. Es gilt eigentlich dasselbe wie vorher. First hat keine Z-Achse, also werden wir dann relativ bald sehen, wenn wir dann... Ja, ich nehm's nicht vorne weg, äh, das werden wir dann schon sehen, wenn wir interessante Dinge machen. Die Idee ist, die wie thế sind, den Aussagen wertvoll hier trotzdem压 mean, dass Leistung darauf die B Oh, das ist so ein Pech. Genau, wenn er umdrehen muss er einen, ähn.. Einen Counter haben, ähm, und Entschuldigung, natürlich wird er es sehr legitimativ machen, das ist nur wie es geht. So, gleich nochmal. Und hier sind wir plötzlich in der Lava. Alles ganz normal. So, das ist cool. Also, du musst ein bisschen mit dem ersten Lava machen, weil wir etwas Lava machen. Und das ist es? Loll, wie das? Welcher Part mit dem Walking on Lava? Oder der Part mit... Ja, das ist Part Überfilter, das Ganze. Also, mit dem Retreat kommst du halt einfach quasi durch eine andere Tür raus. Und das ist halt zufällig ein Part, der gerade unter Lava steht. Aber das kümmert die... Das kümmert die... Die Charaktere hier nicht. Es ist nichts einprogrammiert, als würdest du schaden oder so wegen von dem Ding oder sterben. Sondern, ähm... Ja, es ist halt nicht dafür vorgesehen, dass du da hinkommst. Zu dem Zeitpunkt. Aber wir tun's trotzdem. So, einfach mal in die Lava gehen und dann... Wupra! Ja... Ja... Aber ich wusste ja gar nicht, dass unter Lava ne Tür ist. Eigentlich hätte man da ja die Lava weggemacht, ne? Ja... Genau, ja. Man lässt ja quasi auch über diese Türen irgendwie die Lava dann ab. Ich bin glücklich zu sehen, dass der Kampf ist so... Ja, so wie wir es hier glaube ich gleich machen. Dann machst du da dieses... Äh... Diesen... 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 Ähm... Wie ganz... Kinumerholz, Shout-outs, zu Za'ad selective. Hier ist wieder das mit den... Heyi nach oben und unten keine demonic baixe... Und wir stehen wieder in der Lava. Why not? Abwechslung. Ich weiß nicht, was was deine Beinhaare sind. Also meine Beinhaare würden hier nicht existieren. Natürlich kann jeder, aber auch nur einmal. Ja, richtig. Das ist nicht so, wie wir oft über Kohle laufen. Das ist auch wie man alles essen kann, aber nur einmal. Ja, manches isst man kein zweites Mal. Ups. Spoilers. Ja, das war eigentlich... das war ziemlich gut. Ja, das war richtig. Sodium 70 Milligramm. Ich weiß nicht, warum das ein Name war, aber sicher. Donate 100 Dollar, das nur sagt... Go again. Ach, das ist aber auch ein nerviger... Nervig ein Konter. Also dieser Run is Cursed. So oft wie er Condemned gegen... ...gesprochen wurde. ... 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 Ach Gott, komm dann. If you thought some of the Recruit Visions didn't make any sense, this one, don't ask. It does make sense, it's just... If you say so. Like, it's less over from development, basically. It's like a couple doors that were used as placeholders and then just never done anything with, and then we can actually... Anyway, so we're at that point now, so... So, we've done my Retreat. So, I'm gonna go into Retreat mode, with my Retreat point, as soon as you can see, that's the first place you came from. And then I walk through to this door, and that's gonna take me to the Blaze Chamber, because that's a thing. And we're gonna get Blaze. That's awesome. That's a huge tip in terms of, like, picking some... and picking encounters and stuff. It's really, really convenient. But we're not done with this Dungeon. Unlike Aqua and Shire and his, we do actually need to get a key item hit with a Magma Goal, which he will then boost to fire into a wall of ice, for a reason. So we can exit out through this Blaze, which is significantly faster than doing the Blaze. So, so, we can exit out through this Blaze, which is significantly faster than doing the Blaze. So, so, we can exit out through this Blaze, which is significantly faster than doing the Blaze. We need another one. And hopefully we get it. Also, a key item from the Dungeon, but that's... We'll do it right now. And now I'm gonna do my favorite trick. Hi. Uhm... That's already here. That's the Magma Ball. That's the Magma Ball. He's here in a... in a... in an unsichtable spot to hide. Oh wow! That's a... uh... Yeah, how do we say... a... 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 a glitch from... from Retreat, that he's here on. So, we're gonna put the orb there all the time, and then... fine, whatever. Uhm... so clearly that... uh... seeing as we can use the retreat glitch and get behind the cups, and we never activate it, we can just walk right up the... the pile and get the Magma Ball. Really convenient. And now we're... uh... 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 Um erstens ihr Dorf zu retten, wo sie den Mars-Leuchtturm brauchen für. Weil der Mars-Leuchtturm ist genau in der Nähe von diesem Dorf hier. Oder in der Nähe von diesem Dorf. Und würde halt helfen, wenn wieder das Feuer und die Wärme ins Dorf zurückkommt. Schwierig. Die Antagonisten sind ja eigentlich die beiden, die man im ersten Teil erledigt hat. Die Leute, die man mit hat, wurden sozusagen ein bisschen gezwungen mitzukommen. Und sie sehen halt, wie einfach die Leute bei der Seite verhindern, dass die Welt auseinanderbricht. Und das alles nur, weil Menschen uns das wieder ausgenutzt haben, die Macht an sich zu reißen und in den Krieg anfangen zu müssen. Natürlich, der Krieg hätte auch alles zerstört. Das Problem an der Sache ist, ohne Alchemie wird halt die ganze Welt zerstört. Ja, das wird wohl die ganze Welt dann stören. Wie man da sehen kann, da hat man gerade eben ein bisschen gesehen. Das schwarze, das schwarze, das war alles Abgrund. Ich würde beides nehmen, Schneider. Hauptsache mal wieder Golden Sun. Und da wir ja jetzt alle wissen, also die gesamte Truppe, dass sie den Leuchtturm anzünden müssen, geht's los. Ich glaube, die wollten irgendwie, keine Ahnung, die Macht des Mars-Leuchtturm an sich nehmen, sozusagen, glaube ich. Karst und Agathe oder sowas ähnlich. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Da haben wir jetzt zwei Ninjas. Ja, Felix und Isaac sind jetzt beide Ninjas. Beide haben ein Soulblade. Stimmt, da müssen wir jetzt nicht drauf eingegangen, aber vorhin im Shop haben sie das, hat er das zweite Soulblade quasi wieder dazubekommen. Also wir haben ja jetzt doppelt Soulblade, stimmt ja. Und damit sind die Fights hier ziemlich einfach, also die meisten, sage ich mal. Ähm, mit Shuriken. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ähm, also manche können das durchtanken. Also wenn es so diese, äh, die schauen so wie Minotaurin aus, das sind so Akamana, heißen sie. Die sind, die können das durchtanken, äh, da braucht man noch Zusatzaktionen. Oder zu, also man haut einfach meistens, ähm, zusätzlich ist was mit raus. So, man hat hier einen Riss reingemacht und jetzt kann man es aussprengen. Hm, also noch ist irgendwie alles, äh, sag ich mal, wie man es auch in einem Casual Run macht, machen könnte. Noch? Ja, äh, es gibt dann schon ein paar Skips wieder. Ah, wir sind eh schon so weit, das ist schon der Skip-Raum. Ach ja, mit den Flammen, genau. Genau. Der ist auch, äh, sehr bekannt in der Szene als Dump-Skip, also der dumme Skip quasi. Ah, er hat nicht recht satisiert, ähm, schade. Also nicht, er kann nicht mehr sagen First Try. Und dann müsste man normalerweise die Flammen, die letzte Flamme hier abstellen, ähm, indem man die, die Statue komplett rüberschiebt. Weil die ganz links, äh, angesehen war, aber man kann sie auch einfach skippen, indem man diesen Part auch einfach skippen. Okay, safe sogar, ähm, indem man einen richtigen Zeitpunkt, also sehr knapp davor, pausiert und in ein Status-Menü geht, weil dann despaunt die Flamme. Mit einer gewissen Zeit und spawnt dann erst wieder, wenn du aus dem Menü rausgehst. Genau. Und diese kleine Zeit, da wo die Flamme nicht da ist, kannst du durchgehen. Genau. Und weil ihn die Leute irgendwie, äh, zumindest manche dumm finden, oder, äh, wie auch immer den gefunden hat, äh, hat den dummen Skip quasi getauft. Weil er ihn dumm gefunden hat. Ja, vielleicht machen wir das drei Mal. Ja, wir machen das drei Mal. Aber basically, es gibt eine 1 in 9 Chance, die wir einfach nicht mehr machen können, aufgrund der Flamme, die es in der Zeit ist. Und hier wieder einen Riss reintun, und dann wieder aufspringen. Wie der Run noch geht. Nicht mehr so lang, würde ich sagen. Sie haben die Zeit nicht passiert, wie sie, wie sie, wie er Dullahan gemacht hat. Aber naja, wenn man jetzt sich den, aber wenn man jetzt hier den Weltrekord sich ansieht, also ich würde sagen, entweder 5,30, 5,45 würde ich sagen. Ja, so ungefähr geht's hinkommen. Aber wir haben ja jetzt ganz schön Zeit verloren durch Dullahan. Hm. Das darf man nicht unterschätzen, es ist nur ein Fight, der Dullahan-Fight, aber der hat ja 10, also mehr als 10 Runden gedauert. Ja, wir haben 50.000 bekommen, und er hat Dullahan sofort danach gemacht. Rizal, du hast Dullahan verpasst. Oh, das tut mir aber leid, Rizal. Da musst du ihn nochmal anschauen. Ich hab auch angenommen, dass er es erst nachher macht, aber... Ja, das war auf einmal. Ja, das mach ich jetzt. Ja. Wenig, weniger, wie sie in derselben Stadt waren, ist er gleich hingerannt. Weil das Incentive war bis dorthin schon drin. Quatsch, Johannes hat den auch verpasst. Ach, alle haben ihn verpasst. Och, nein. Deswegen darf man nicht weggehen. Alle sechs Stunden durchsitzen. Sagen wir mal so, man... Er hat halt ganz bestimmtes ANG-Manipulation gemacht, damit Dullahan wirklich so solche Angriffe macht, die er haben möchte. Anders hätte er das nicht schaffen können. Wie er einfach den Jinder skippt, ja. Der sitzt da einfach auf diesem Stein herum, der Mercury-Gin, und wir interessieren uns nicht für ihn. Weil wir ihn nicht mehr brauchen. So, das ist jetzt Dumpskip Nummer zwei. Ach Gott, wie sie speichert er für sowas. Ist ihm anscheinend sehr wichtig, dass er die kriegt. Das kann viele haben, aber durch den... Durch den ANG-Manipulation, den man da vorgemacht hat, hat er halt immer... Wenn man die ganz bestimmten macht, dann macht er auch immer dasselbe. Das heißt, man kann halt das knapp umgehen, die ganzen Tore. Und Dullahan erledigen. Oh, macht er jetzt diesen... Na, okay, das kommt er später. Vielleicht macht er diesen extra schweren Dumpskip auch nochmal. Gibt nämlich eine Möglichkeit, nach einem Teleport einen Dumpskip zu machen. Ja, aber das ist verdammt schwer. Eigentlich will man alle Gins haben, aber wir brauchen die nicht mehr. Das ist jetzt der extra dumme Dumpskip. Okay, er macht zu viel Reset, das ist gar nicht mehr Spur leichter. Wow. Also normalerweise stoßt einem die Flamme da runter und man fällt ja wieder... ...den Part, wo man vorher war. Da ist der Solblade, da oben, in der Kiste. Ja, in der Kiste, ja. Den haben wir uns im zweiten Dungeon geholt. Wir haben ja schon zwei davon, wieso bräuchten wir einen Drift? Wir haben zwei davon und wir haben den im zweiten Dungeon geholt. Da oben, die rechte Kiste, war die Klinge, die wir die schon die ganze Zeit benutzt haben. Ja, das war nicht so extremlich stupend. Ja. Es ist sehr dumm. Man sollte niemals gehen. Aber... ...wennst du diese Kiste? Was ist mehr Flexer? Duller hair? Oder extremlich stupend skin? Aber sehr flexer. Just me. Ich bin Duller. Ich bin super stupend. Okay. Ja, Rizal, das ist der letzte Dungeon. Es wird noch ein wenig dauern. Hier gehen wir mal in den nächsten Bossfight. Das sind diese zwei Drachen hier. Davor möchte ich noch nicht spoilern. Und wer vorher schon dabei war, wie ich Lull erwähnt habe, ein ziemlich mächtiger Gin ist. Das sollten wir hier auch in dem Fight wieder sehen. Das wechselt sich eigentlich hier hauptsächlich ab. Er macht Gins, er summons Gins, den Gegner, die runden grunden quasi, stehlen. Und dann einfach sehr, sehr starke Sammels, die sehr viel Schaden machen. Wie eben Eclipse. Und hier kommt Lull. Und die beiden anderen kommen nicht mehr dran. Also damit ist eigentlich der Fight for free, wenn du genau weißt, was du machen musst. 61 Schaden. Das war genug. Und guck mal, es ist Karst. Und er geht hier. Hier wurden wir eingefroren. Ja. Dein Antagonisten. Freaky, ähm, wieso werden sie nicht so zurückgestoßen? Das liegt daran, dass, ähm, quasi so ähnlich wie bei dem Dumpskip, den ich vorher erklärt habe, also es ist eigentlich nur eine Variation davon mit dem Save und Laden, dass nicht jeder Frame dann quasi aktiv ist. Also es, diese Flamme, die für einen zuschießt, die D-spawn für einen kurzen Zeitpunkt, wenn man lädt, beziehungsweise wenn man ins Statusmenü geht. Und damit wird man nicht so weit, äh, weggestoßen, dass man, ja, durchkommt. Also das ist die kurze Version. So, ja, wir haben ein paar Sachen zu tun. Wir haben vier Wings zu clear, eine von jedem Element, die sind geärende zu Puzzle, die zu diesem Element. So, ja, wir haben viel zu tun. So, ja, wir haben viel zu durchführen. Ich glaube, wir haben vielleicht noch Zeit für ein paar Donations, als wir, äh, vorbereiten, um, mit dem, um, aber ja. Ja, wir, 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 wir haben. Ich meine, das ist ein wirklich cool Moment, und hier sind halt, muss man eigentlich für jeden Raum was machen, für den jeweiligen Element. Ja, weil das eben der, quasi, Master, äh, das Master, äh, Leichtturm ist, Leichtturm, ähm, gibt's noch mal so ein großes Ensemble, dass du jede, dass du für jedes Element noch was machen sollst? Die Namen waren ein Incentive, aber der von Felix, also dieses V, hier strich, wow, muss so sein. Da war kein Incentive, der muss so sein, damit, äh, die Sachen, die er machen, wo will, auch funktionieren. Aber der Rest von den Leuten waren alles in Incentive. Genau. Auch damit den Glitches und so funktionieren und alles. Ja, dann, der Name von Felix ist, also ich dem, Manipulation um, ähm, diese Trial Roads, also dort, wo wir in dieser Shaman Village waren, und gegen diese, ähm, dieses Event hatten, wo man gegen diese andere Gruppe Rätsel gelöst hat und durchgeräumt ist, ähm, da quasi ein, ein schnelles Puzzle zu erwischen. Und das ist, soweit ich weiß noch, das Einzige, das von dem Namen, quasi manipuliert wird. Oh, my goodness. You have a hundred dollar donation from Day A.T.F., that says, the Golden Sun Games are one of my favorite games of all time. It's been a joy, to revisit this part of my adolescence together with the runners. Says, don't die to cruel ruin. Yeah, it's by vielen Spielen, so. Freaky Freak. It's been a very good game, äh, bei, 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 bei sehr vielen Spielen, da musst du einen bestimmten Namen nehmen, damit's dann besser läuft. Megiddo! Megiddo! Blumen? We have a 15 dollar donation and I really do apologize. I'm not gonna be able to pronounce this name. It's Blumen? Blumen? Because it is very long. It's so much, so sorry. I love Golden Sun and I'm so pumped for this run. All the clubs, all runners and staff involved in this amazing event. Uff. Ach ja. Wir haben den Run geschafft und den, den Incentive. Das ist schön. Kindle does donate Oh, I'm so sorry. Ah, für, für was? Na, Dolahan. Achso, für Dolahan, ja. Und das haben Leute aber verpasst. Das ist, das, das ist das Schlimmste, der Run ist. Hallo, das ist das Schlimmste, der sich dafür interessieren und dann verpassen. Ja, dann wird man wohl in den einen Tag noch aushalten müssen und das dann auf YouTube würdest du nachschauen. Das tut uns aber leid. Das ist das Schlimmste. Das stimmt, dass der JETI macht T-Shirts, ne? Wieder? Wir wollen auch mal so ein T-Shirt holen, ne, so mach ich's mal Oh, wow! Wow, dieses T-Shirt Sorry, ich musste mir mal das Golden Sun T-Shirt, was die gerade erzählt haben Ich hab mich schon gewundert, was für ein T-Shirt meinst du? Wir haben über ein T-Shirt geredet gerade im Home Top Stream Das T-Shirt sieht echt nicht schlecht aus auf den JETI Jetzt bin ich auch interessiert Ja, das war's für ein T-Shirt Das heißt, hier wird halt wieder alle möglichen Synergie abverlangt, die wir brauchen, um weiterzukommen Die Tornado Hier selber, diese Wirbel von einem selber Die Ranken Die Ranken, die wir vergrößern Vergrüßern Die Ranken Die Ranken, die ich als Kind Die Ranken, die ich habe gerade gemacht Ich habe gerade gespielt mit diesem Spiel Casualt Und ich erinnere, wie horrible die Dullahan-Fight war Ich frage mich, wie das aussieht Das ist für die Incentive Und das ist eine von den vielen Malen Ich werde das in diesem Spiel Best of luck zu den Ranken Wenn du mögen Megiddo und du nicht mögen Megiddo Das ist die Weise der Blade Hm Every game, das hat etwas wie das Das hat nie wirklich passiert Ich habe viele FF5 Ich habe viele FF5 Jetzt kommt gleich wieder ein Dumpskip Ich glaube, es ist schon der letzte Er ist Wow, nice. Ui. Erster. First try. Nice. Weil eigentlich hättest du hier noch gar nicht hingehen können. Wieder einmal. Wie immer, ne? Ja, so wie es halt ist, ja. Ja, crane. Die flavor war er. Two out of four. We're halfway there. You said the best Velocity one. I really like these Velocity. Yeah, yeah. The Velocity one. The Venus one is really fun. I do like it a lot. I mean, considering we've just done, like, you know, that's a good job. Considering we've just done the Fire one, which is just such a drag. And the Wind one just feels long because of all of the cyclons. so it's nice to kind of like have mercury and venus to kind of like finish off with you know these last two have much 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 faster so we are almost to the beam dragon so if you have a friend that you'd like to call for the beam dragon down and call them uh because it's going to get we can in the face Theoretically the most impressive fight that I think has ever been developed in this new run. Like Dula-Hana-5, like Regma-Trace's original concept for this was a brilliant fight. It wasn't faster at the time, but it was brilliant and the right ideas were there. And then between me and him, we taken that track and turned it into what it is. Willkommen so langsam zum Ende. It's nice to say, after 5 and a half hours. Yeah. Well, for me it was only 4 and a half hours. Yeah, and then I have to do something first to eat. Well, I hope it's a good night for you. Well, next time I will be on the next day. I'll be back again. I'll be back again. I'll be back again. I'll be back again. Megiddo! And if you don't need it. It's better to be useful. And if you don't need it, then it's just like that. Okay? Megiddo! Weiss, dass du da gut durchst? Yeah. That's cool. Sounds cool. And in casual favor, I would never... Why can't you do that again, Grisal? What do you do with us? Okay, so 3 down, one more to go. Naja, Out of Bounds hat das Spiel auch freaky und ein paar Glitches wie zum ein paar mehr Glitches am Anfang Du siehst halt jetzt am Ende nicht mehr viel Mich würde eigentlich auch interessieren, wie lange ein Run dauert ohne Retreat Glitches und Out of Bounds aber schwer zu sagen weil es gibt keine Kategorie in der Richtung das macht keiner, weil es würde einfach viel zu lang dauern So zerfleisch ist es nicht aber naja, sagen wir mal so man kann bei manchen Sachen einfach die Hälfte des Dungeons überspringen oder einfach mal zum Ende des Dungeons gehen oder im zweiten Dungeon die stärkste eine Waffe bekommen, die du eigentlich hier bekommst Ja klar es ist jetzt nicht so broken, dass du das Spiel nach drei Minuten durch hast aber es ist schon es sind schon sehr impressive Tricks dabei Obwohl sie jetzt eine Methode, eine Sache gefunden haben, dass es vielleicht dazu bringen wird Hast du das schon erzählt? Achso, ja stimmt das arbitrary code execution wobei das ist eben nur für den ersten Teil haben sie das gefunden Für den ersten Teil Für The Lost Age es wäre möglich, aber es ist noch kein Platz gefunden, wo das anwendbar ist Aber ja, mal schauen vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit Und sie wissen, wonach sie suchen müssen, aber Vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Versteckdinge Man, sagen wir mal so, man Man nutzt das Spiel ein bisschen aus, weil das Spiel denkt, du bist woanders Obwohl du gar nicht Äh Sozusagen das Spiel denkt, bist zurück zum Anfang des Dungeons gekommen, aber du bist gar nicht am Anfang des Dungeons Deswegen öffnest du eine Kiste und er öffnet eine ganz andere Kiste Es ist einfach schwer zu sagen, ob da die Entwickler gepatzt haben oder ob das ein Bug ist Es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht das, was sie sich gedacht haben Aber es sind quasi eigentlich Safety-Optionen Ähm Die da ein bisschen ausgenutzt Weil Wenn das kompletter Bug wäre, dann würdest du Ja, man sozusagen Vielleicht irgendwo landen, wo du gar nicht mehr weiterkommst So wie irgendwie Soft-Logs oder Hard-Logs sogar Sozusagen man öffnet was und Weil da eigentlich Das Spiel denkt sich so Hä, da ist aber keine Kiste Also muss es ja diese ID sein sozusagen Und da ist es halt Ganz zufällig, dass an dieser Kiste Die ID Von dem Zoll Bord ist Hm Hier noch eine letzte Cutscene Bevor wir dann in den Endfight kommen Get ready for Doom Dragon Und der Dieses Auge hat eigentlich am Anfang des ersten Teils uns gewarnt Hey, wir müssen aufhalten Wir müssen es aufhalten Die Leuchttürme zu entzünden Ja, dieser Dieser weiß Dieses weiße Auge Der hat schon Komische Tricks Also der ist auch nicht so ganz ehrlich Hier wir go Hallo unser 2K Schön, dass du da bist Kommst genau richtig zum Ende von Golden Sun The Lost Age Also wie der Fight eigentlich schon fast andeutet Wegen den 3 Köpfen Es ist ein 3 Also es gibt 3 Stages Jeden Kopf quasi einen Und jeder Stage Am Ende jeder Stage verliert er einen Kopf Wenn du die Stage quasi besiegst Ich weiß jetzt gar nicht wie viel HP der hat Ob das da irgendwo steht Du hast Italien besiegt Ach, das geht noch Also es Ich würde sagen Das ist eine mittlere Länge Wenn du dir jemals Wenn du dir jemals Really really long a ton Angeguckt hast Dann weißt du Wieso ich sage Es ist noch mittlere Länge Weil da hast du nur Spiele Die so lange gehen Da ist so 5 bis 6 Stunden Standard Also die grundsätzliche Strategie in dem Fight Wie ich sie vorher gleich schon mal erklärt habe Man nutzt hauptsächlich die Also in den einen Turns immer Lull Um die Runde zu beenden Nachdem all deine Charaktere dran waren In den anderen Runden nutzt man Petra und Was gar nicht wie der andere heißt Um quasi dem Drachen eine Aktion zu rauben Und dann spammt man eigentlich fast nur die ganze Zeit Judgment und Eclipse Um ihm sehr sehr viel Schaden einzuschenken Die sind alle Mercury und Jupiter Die sind die gesamte Elemente Ah Ground ist der andere So we're also going to be cycling in Things like Ground and Petra being used And then Flint And then because we could be used Kite We're going to Flint into Judgment Immediately afterwards Um what this means Is that we have Immediately got Um The Jinn ready to be reset So when we're also using Petra and Ground We're readying up a Judgment So we're building up Eclipse We're building up Judgment And then when we have Lull ready We then use the Judgment So we can reset round So Lull comes back into play right now On these turns again When we have Lull We use it all the opportunity to heal And it just keeps resetting and rotating Similarly to how we did Courthouse Where we have one turn attacking One turn preparing Und das Rundenende Ja und wir sind wieder dran Ja Und das ist ein Ein Jinn der Intended ist Also ein Den haben sie bewusst so reingekaut Also sie wollten ja Die Developer wollten ja Dass das so genutzt wird Erinnert mich an Flash im ersten Spiel Ich meine den haben wir hier auch Der ist auch slightly broken Mit seinen 90% Schadensreduktion Ich weiß auch nicht wie so Judgment Wenn es so ungenau ist Schießt ihr irgendwo hin So a little bit of courthouse In this track It's very nice Ich glaube bei 43 Minuten darf man aufrunden Auf die nächste Stunde Auf die nächste Stunde Riesa sagen wir einfach mal zu lange Einfach zu lange So das ist jetzt schon die letzte Phase Nur noch ein Kopf übrig Den werden wir auch noch köpfen Und die Runden Und die Runden Und die Runden Die Strecke died Und auf Turn 1 Die Strecke died Und die Runden Fantastic Aber um Phase 3 Now die Kräuel Ruins Are going to come in a lot more So you may remember as well You may have noticed That there were three heads Two yellow One red Does anyone know What those colours denote Anyone? Anyone? Any takers You in the back there Yes No Sorry Don't understand Oh okay Okay sure No worries That's completely fine Anyone else? You with the glasses With the mic I don't know man What would it possibly be? Is it the white one? No Yeah we've already seen him So yeah The colours of the elements Blue for water Purple for wind Red for fire Yellow for earth There's Krulruin Krulruin hurts Look at these HP values Yay That's good damage That's weird protection I think Yeah Pretty tricky So you do have to make sure You have these heels coming through He is definitely off Oh maybe just bring him Towards and turn I don't know Something is not quite right And I think we're fine Yeah it should be fine I think we're just putting out the damage After rotating this Just when he's in the All right So not too long Yeah Yeah It should be the last season As everything is correct If not He will recover This late In the fight You can probably try and find a way To burst it down anyway Ja Ist halt so wenig Nur noch ein paar Minuten Statt ein paar Stunden We're not doing any damage We're not doing any damage We're just preparing For the following turn Here's God Or is also a priority So if you both use priority Ability If you have to have enough speed You've been asked for priority To make sure you have Um Lull once again And uh I believe this is One of the final turns This is the final one This is the final turn Everything looks good And the last bit of damage And that is We've run the last stage Time is not yet Time is not yet It's not time is not yet Time is not yet Time is not yet But this is This is the last Time is We beat him With a TMS With Jenna My dragon Beat your dragon We'll watch the whole animation Because why not Yeah we can And that was a Doom dragon Nice Really good job Such a good strategy Yeah I would like to I would like to note That my complete accident But I am wearing my pink Floyd Dark side of the middle shirt Fantastic Of course Exactly Perfect So Jetzt wird auch gezeigt Dass der Doom Dragon Eigentlich aus drei Leuten besteht Deswegen noch der dreiköpfige Drache Der Dieser Diese Kugel Die wir vorher gesehen haben Dieser The wise one Der hat die in 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 Drachen Verwandelt Um Quasi Die Hier ihre Gruppe hier zu testen Er wollte Er wollte einfach rausfinden Ob sie Würdig sind Und ob sie sogar Gegen ihre eigenen Eltern hier kämpfen Weil das Sind hier Wer das erste Spiel gespielt hat Kennt das vielleicht Ganz am Anfang Werden die nämlich Durch ein Durch eine Katastrophe Quasi Weggebracht Werden sie Vermisst Und Für tot geglaubt Und Wir tauchen sie dann quasi Plötzlich wieder auf Für die meisten Von dieser Gruppe Das war eben der Finale Test Quasi Von 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 Echt heftig Ey Eltern Ja, das ist ein weiterer Lied von Isaac. Es ist wirklich strange, dass wir ihn nicht hören in den ersten Mal sprechen, weil der Kind ist profound. Aber ja, es ist ein ganzes Wissen. Er ist ein guter Kind. Er ist ein Wissen, das ist ein Wissen. Felix ist viel mehr Stoic in generell. Es ist ein bisschen größer Mensch. Ich habe das Nächne, aber zweifel es nicht, nichts mehr Stoic, aber es macht euch, dass sie ein Jahrzehnt werden. Es gibt drei Spiele aus den letzten Üben, nachher gibt es die Einschränkungen. Ich würde gerne sehen, ob es das eine andere Seite ist. Die Golden Sun 1 und die Felix hey, das ist wirklich ein cooles Lied, Anyway, the final job is lit and we're hearing, you know, support and voices from around the world as, you know, the power of our kingdom is starting, you know, beginning, the start of this return is happening and those who have we have connected with and those who have supported us over the course of the journey are... ...and then we have to decide yes or no. At the last of these questions is the time. ...that we were able to raise 50 grand for the Lahan as his name. I hope it was worth it. Just an absolute honor and privilege to be here showcasing a game that is... ...that is what happened was just the golden sun. We were the responsibility of the Pine Squad. I hope we... we did you all proud. So thank you for having us. Lots of people I got a shoutout. I got a shoutout my dad because I didn't shoutout last night. How bad about it? And have you seen this shirt? Ah, I already forgot about it. I'll send you the link. Ah, please, please, yeah. Let me just look extra. Thank you. Oh, that looks nice. Nice sauce. Thank you, Dad. You're amazing. Thank you very much. Um, and of course my wife, who puts up with me doing this, and she's great as well. I couldn't shout her out either. She's great. Quite a commitment of time. Like, this is a six-hour queue run. That's like a whole day. That's just how difficult it is to get in the room. It's extremely difficult. It takes a very understanding wife to let you do this. So thank you, Mila. Yeah, the best. I love you so much. And of course, the rest of the Golden Sun community is just a real honor to be a part of that community. And, yeah, we keep doing cool things. So, thank you very much, everyone. Yeah, definitely. Time is coming out, by the way. Yeah, when, once they raise this, it's fine. So, I'll pull it out. I gotta say, no one just makes, uh, yes, no to say half a second. Just that, you know, the kinds of things that we think about. And the, yes, well, there we go. Just save a little bit of time. Oh, wait a minute. Now it's over. Time. GG. 5 hours and 57 minutes. Hey. Yep. Oh. 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 Damn, that is a good time. I don't want to let this, listen to the great track, by the way. Oh, yeah. Und der Abspann. Noch etwas mehr Story. Alex's Plan is going to get foiled, but I know we want to keep the show moving, so I do really want to show up as the last, like, little thing while we do our epilogue. So, Bowie, there's anything you'd like to say before we get to the best theme of the game. I'll just quickly do a big thank you to STDQ for having Golden Sun once again. It's an incredibly important series, so not obviously not just, you know, it's to everyone, but, you know, to me it's a very, very important series. Camelot as a company are very, very... It's actually a difficult category. Uhm... And... It's not a difficult level. It's just a difficult level. On this day, it's incredibly humbling. So, thank you very much for, again, as I said, giving us the responsibility and I hope you do the crown. The real, real... Oh, Final Fantasy Glitchless. Uff. Dexter Glitchless. You can take it, Blood Dive. I want to thank you for the community. Because they have been popping off in the Discord for the entire run. FF6... Stitchless... Blood Dive. If... If you... 20.000, you'd like it. It's absolutely crazy. It's been wonderful to see. And... I wish more people would also run TLA rather than just score someone... There's a really good guy for it. There's a really good guy for it. It's great. But... I'm sure... J-Se IRONDU442. H-Sh-Seim. G-Sun PLA-resources. TLA-RESOUOSEFICTION. G-Z-SUN Factorial-Guy. There are pictures. It's a picture book. It's a picture book. Ja, Sie erklären gerade, dass es auch eine super... eine super, eine super Anleitung gibt für den Speedrun, würde ich auch nur empfehlen, wer das wirklich sich antun möchte, so einen 6-Stunden-Run zu lernen. Da gibt es auch Anleitungen natürlich über speedrun.com relativ leicht findbar zu beiden Spielen. Gute Tutorial-Reihen, die das einem näher bringen. Golden Sun das wäre natürlich für nächstes GDQ zum Beispiel interessant. Ich habe vorher gar nicht das erwähnt. Da haben sie auch jetzt für Dark Dawn heißt der dritte Teil bessere oder neue Tricks gefunden. Ich habe es selber noch nicht gesehen, weil ich habe es selber noch nicht gespielt und ich wollte mich nicht spoilern. Aber das sind sie auch am Zeit runterbringen, sodass es jetzt mittlerweile ein kürzerer Run ist als TLA. Das ist auch sehr vielversprechend, dass man da noch Zeit runterbringt.